Das ist so richtig Cheat, du bist in demselben Raum wie alle anderen, du siehst einfach mehr. Das ist so richtig X-Man-Style. Wir trainieren jetzt sehr viele UFC-Kämpfer zusammen, auch ehemalige UFC-Kämpfer, und jetzt kommende UFC-Kämpfer. Ich habe jetzt, glaube ich, 50.000 bis 70.000 Fans bewusst verloren auf Instagram, weil das einfach die Leute waren, die wollten euch die Schule beleidigen. Bildung sollte der Kern, das sind die wichtigsten Punkte. Gib einem Menschen Wissen und du tötest seine Angst. Heute, dicker, guck dir mal die gefährlichsten Menschen der Welt an. Die gefährlichsten Menschen der Welt sind Nerds. Was gab, Freunde? Mein Name ist Usain, neue Folge von Was? Loth? Puh, Freunde, ja, auf dem Roosworld-Kanal hier natürlich, weil mein nächster Gast hat nicht so viel mit Hip-Hop zu tun, also vielleicht Fan-mäßig, aber nicht so direkt. Deswegen sind wir auf meinem Kanal Roosworld, ihr kennt das Spiel. Freunde, ich habe diesmal einen wirklich krassen Typen hier am Start als Gast. Adrian Roosby, der Name, einige von euch werden ihn schon kennen, hat ein paar sehr krasse virale Videos gehabt, wo er sich zum Beispiel über das Schuhsystem geäußert hat oder über die falsche Nutzung von Ritalin oder so. Er ist ein sehr, sehr bekannter Kampfsportler. Noch mehr ist er im Kampfsport als Trainer sehr bekannt. Weltweit kommen Leute zu ihm, weil er verschiedene Techniken drauf hat. Er hat eine Kampfsportschule. Zudem ist aber Speaker in vielen Lebenslagen, also ohne Ende Firmen, das könnt ihr auf seiner Homepage, die verlinke ich dann, könnt ihr mal sehen, wie viele große Firmen er berät oder mit denen er arbeitet zusammen. Er hat eine Riesenschule aufgebaut, die wird immer größer. PHP heißt das Ganze. Aber Freunde, ich will euch nicht volllabern, er wird das gleich alles selbst erzählen. Sein erstes Buch ist schon irgendwie, ja, was heißt irgendwie, ist Bestseller. Sein zweites ist unterwegs. Erfolg aus Prinzip heißt das zweite Buch. Kann man dir jetzt vorbestellen und so weiter. Aber er wird ja gleich alles selber erzählen. Freunde, schöne Grüße hier aus Finnland. Ich schalte jetzt in die Sendung rein für euch, Freunde. Und am Ende der Sendung sehen wir uns noch einmal wieder. Jetzt kommt der absolut durchgeknallte Talk mit Adrian Lusby. Sorry, dass wir gar keine rote Linie haben. Aber wenn du mit ihm redest, es ist so, er ist halt einfach viel, viel drauf. Und das ist halt nicht der normale Talk. Zieht es euch mal auf Lunge, Freunde. Wir sehen uns am Ende noch einmal wieder. Warte, ich mache gerade Test, Test. Ja, Test. Test, 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 Test. Weißt du, warum euer Name mit O, U geschrieben wird? Keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich irgendein Move, weil die so Rusby mit U wäre. Keine Ahnung. Ja, ich denke einfach, also ich kenne noch einen Rusby. Habe ich mal in der Kindheit gekannt. Shoutout, wenn ihr mich hier seht, schöne Grüße an dich. Ach, geht schon los? Ich schaue, Bruder, du kennst uns. Hallo Mausi, baby. Ja, der war auch mit O, U. Und der hat sich aber immer O, O geschrieben, weil er das cooler fand. Dann haben wir uns kennengelernt. Und ich, also ich werde ja mit O, O geschrieben. Also R, O, O, Z. Ja, R, O, O, Z. Das ist auch, also weißt du, wie oft ich gefragt werde, ob das ein Künstlername ist? Oder ob das so, ob ich das, Ruse, wer heißt denn Ruse? Bist du Amerikaner oder was? Ey, das Traurige ist, mittlerweile jeder, jeder denkt, entweder du oder, also jeder ist mit mir verwandt irgendwie. Sinan ist mit mir verwandt, ich weiß gar nicht warum. Ja, Sinan sieht dir und André besonders sehr ähnlich. Voll, 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 voll. Also für alle, die jetzt nicht wissen, André ist sein, sein Bruder André. Er ist Adrian zusammen. Hallöchen. Zusammen sind die, ich würde sagen, so ein Duo, was man in der Kampfsportszene sehr, sehr gut kennt. Beide trainiert ja auch viele Leute. Beide seid ihr ja auch, also ohne jetzt da so tief reinzugehen, name droppen. Aber ihr habt schon einige, auch UFC-Leute trainiert. Wir trainieren mit sehr vielen UFC-Kämpfern zusammen. Auch ehemaligen UFC-Kämpfern und jetzt kommenden UFC-Kämpfern. André ist jetzt seit knapp zehn Jahren in der Szene auch, circa. Und ich so zehn, elf, zwölf. Ja, du hast jetzt schön gesagt Szene. Ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen eine eigene Szene. Man erkennt sich, seitdem ich mit euch unterwegs bin und Schutzgeld nehme von einigen Klubs, erkenne ich auch, ich erkenne am Gang manchmal, aber meistens natürlich an den Ohren, okay, denen nicht auf den Sack gehen. Du musst immer bitte ans Mic auch gehen. Ach ja, klar, ich habe mich mal kurz zurückgegeben. Ich wollte sagen, die Ohren, viele sagen Kohl. Blumenkohl haben, Blumenkohl haben. Ich war mit André letztens, er hat mit, wer waren wir nochmal? Bei YouTube lief was und da lief im Hintergrund, oder kennst du bei YouTube, irgendwas läuft und YouTube ist ja wie dein Gehirn so. Wenn du deinem Gehirn was gibst, dein Gehirn zeigt dir das immer wieder so. Da kommt ja auch selektive Wahrnehmung her, dass du auf einmal Dinge öfter siehst. So eine Bubble. Genau, und YouTube zeigt dir genau das an, was du oft klickst. Menschen vergessen oft, dass dein Gehirn genauso ist. Und YouTube zeigt dir dann immer wieder so voll viele Sachen an, vor allem, wenn ich jetzt so ein bisschen Donnerstagsfilm, Hip-Hop, Musikcharts und so. Und da kam ein Interview, das kam irgendwann so als hundertstes Video oder so, weil das im Hintergrund lief, von, die habe ich nur kurz kennengelernt gehabt, nur Hallo gesagt gehabt, wo wir in Berlin waren, bei Flares Konzert. Jalil. Jalil, ja. Und die haben das Brokkoli-Ohren genannt. André und ich haben uns totgelassen, weil das so lustig war. Ich finde irgendwie Brokkoli sehen auch, also man heißt, das heißt Blumenkohl-Ohren eigentlich, Ott-Hämatom heißt das. Das ist, wenn der Knorpel... Hämatom, ne? Ott-Hämatom. Das ist, wenn quasi sich die Membran, die Haut vom Knorpel löst, durch Schläge, Tritte oder reibende Bewegungen, durch sowas halt die ganze Zeit. Mein linkes Ohr ging kaputt durch den Takedown. Also irgendwie, ich habe einen Takedown gemacht und was auch immer. Das rechte ging durch den Knie kaputt. Und sobald, das war mehrmals kaputt, sobald das dann einmal sich löst, du musst dir vorstellen wie so ein Sticker, den machst du ab und du willst dir einen Sticker, den du abmachst, dann wieder dran machen. Ja, und dann gehst du zwölbig. Das geht nicht richtig drauf. Und diese Zwischenhülle füllt sich mit so einer Art, mit so einer Gewebeflüssigkeit. Das ist kein Blut. Viele denken, das ist immer Blut, was da raus drauf. Das ist einfach rötliches Wasser quasi. Ach so. Wie man es vom Steak kennt. Und dann schickt der Körper irgendwann, wenn die ganze Zeit Blut dazwischen kommt, das aufbläht, aufbläht, irgendwann so einen sekundären Knorpel hin. Der sagt irgendwann, ey, weil man das die ganze Zeit punktiert mit einer Spritze. Ich ziehe es halt immer selber raus auch. Boah. Ja, vielleicht darf man gar nicht mehr zu Arzt gehen. Die Ärzte haben da keine Ahnung. Kann man selber auf YouTube eingeben, das ist jetzt kein Scherz, das ist auch nicht irgendwie so ein falscher Hinweis. Die Ärzte, weil die das halt nicht kennen, die machen direkt eine OP draus, direkt Krankenkasse, schön Business draus machen und dann hast du dein Ohr aufgeschnümmelt, aufgeklappt. Die wollten ja Andres Ohr mit aufschnümmeln. Auf jeden Fall weiß ich ja, dass ihr, also einer der Probleme ist ja, In-Ears ist scheiße, ne? Voll. Einzige Kopfhörer, die ich bis jetzt tragen kann, die in Ordnung gehen, sind die von Apple. Alle anderen passen nicht rein. So diese, aber auch auf beiden Seiten geht es bei dir rein? Links geht komplett rein, links ist noch okay, aber rechts ist Volldamage. Ja. Oder halt so große hier. Ja, aber ich trage nie. Es ist übrigens das erste Mal, wo ich wirklich länger als zwei Minuten On-Ear trage. Ah, okay. Ja, wie gesagt, du kannst es auch halb runter tun, es ist halt gut zum Pegeln. Er ist beides Sex, man verliebt sich irgendwie so in seine eigene Stimme. Also auf jeden Fall ist man in so einem Ding drin, das finde ich ja immer ganz gut. In so einer Trance-Situation. Es ist auch präsenter so, man ist achtsamer, man ist voll im Moment. Jetzt ist, aber nur ein Satz dazu, ich muss sagen, in einigen Ländern, wie auch aus dem Herkunftsland von uns beiden, Iran, ist das ja also ein bisschen auch, also diese Ohren, ist ja auch so ein bisschen auch... Vollstatus. ...Status-Symbol, ne? Also man weiß so, wow, ey. Je nachdem, wo du herkommst, Deutschland... Weil, Dschungel, Kurs, Stiemann, Grappling ist ja voll das Ding. Sagt man eigentlich Grappling oder ist Wrestling... Also guck mal, du musst dir so vorstellen, Kampfsport ist nichts anderes. Kämpfen, du kannst nur auf zwei Formen Schaden zufügen. Durch Greifen, Grabbing und durch Striken, durch Schlagen. Du kannst Impact durch Schläge anrichten oder Impact durch Greifen anrichten. Und beides hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel war sehr, sehr viel... Mein primärer Stil ist ja Grappling eigentlich. Aber Striking ist auch nicht zu unterschätzen. Nicht nur, weil Striking gut ist, sondern weil... Ab dem Moment, wo du nicht nur einen Gegner vor dir hast... Das ist ja der Grund, warum ich auch unbedingt auch Striking mache und auch jahrelang lernen wollte immer. Wo du mehr als einen Gegner vor dir hast. Da kannst du ja nicht auch... Es sei denn, du musst die ersten zwei auch... Also bei drei... So ab drei, vier, fünf... Drei Gegnern kriegt ein MMA-Profi da wirklich Probleme. Und Grappling per se ist eine Sammlung in allen Griffkampfkünsten. Das heißt, mit Grappling kann sich ein Freistil-Ringer identifizieren. Ein Brasilien-Jiu-Jitsu-Kämpfer kann sich identifizieren. Ein Luta-Livre-Kämpfer, wo andere und ich herkommen. Das ist quasi der Hauptstil aus dem Balletudo. Dann haben wir noch die Judo-Kars. Judo machen auch Grappling. Alles, was greifend ist, ist das Grappling. Und alles, was schlagen ist, ist Striking. Und dann hast du diese beiden Bereiche, Grappling plus Striking. Und dann füllst du so quasi deine Tools auf. Der eine macht mehr Takedowns durch Grappling und dann mehr Ground and Pound Striking. Der eine macht mehr Striking als Defense, um runterzugehen mit dem Grappling. Und so verteilt sich das gerade. Und momentan ist aber wirklich so, dass die meisten, die es gecheckt haben, haben halt schon im Grappling so die Basics gesettet, dass ein krasser Grappling-Move, der vor zehn Jahren noch signifikant geklappt hat, heute nicht mehr so leicht klappt, weil er so in den Basic-Büchern drinsteht, auf die Grappling-Sachen schon eine Antwort zu haben. Aber an sich kann man das eigentlich, ich würde schon gar nicht MMA nennen oder Grappling nennen oder Striking oder sonst was nennen, weil wir dürfen nicht vergessen, du und ich kommen aus einem Hintergrund. Und vor allem du, du hast ja noch ein bisschen mehr mitbekommen, was die ganze Film-Genre-Sachen angeht. Van Damme, Chucky Chan, dieser ganze Film so. Aber jetzt mein kleiner Bruder zum Beispiel, Anthony, wie alt ist der jetzt? 12, 13 so. Oder all die jungen Leute jetzt, die kennen das gar nicht. Für die ist Kampf alles. Und wenn wir ehrlich sind, ist für die Kampf auch ehrlich. Weil was die sehen, ist die Wahrheit. Die wissen nicht, dass wahrscheinlich, das meine ich gerade nicht wertend oder respektlos, irgendein guter 14-jähriger BJJ oder Luther Livre lila Gurt wahrscheinlich Bruce Lee richtig Probleme machen wird. Oder würde, mit einem Auge zu wahrscheinlich. Oder ohne Hände. Okay, ohne Hände vielleicht nicht, aber... Aber das ist so ein bisschen der Effekt, wie man so sagt, einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, Pelé. Aber wenn du den heute vergleichen würdest, wahrscheinlich mit einem guten Bundesligaspieler, keine Ahnung, bin jetzt nicht im Fußball, nicht so. Ja, ich denke da auch nicht, das würde ich ja gerne. Aber so mit Bayern oder so, wäre wahrscheinlich auch schwierig, weil der für seine Zeit halt voll krass war. Aber die Technik, die Trainings... Darum finde ich es ja auch so blöd, auch vor allem im Hip-Hop, wenn die Menschen charts jetzt das vergleichen. Ja, ja, ja. Ich finde... Kann es ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Vor allem das Traurige ist ja, diese Clickbait-Aktion dahinter. Man muss das machen, die Leute wollen es doch haben. Wenn du einfach sagst, der kam Platz zwei und dann schreibst, der kam Platz zwei, wo eigentlich bisher nur der war. Dann greifst du auf einen Parameter der Vergangenheit, der gar nicht mehr aktuell ist und vergleichst ihn mit heute. Das, was wahrscheinlich ein X geschafft hat vor zehn Jahren, ermessen in heute, wäre das vielleicht 100 Monate im Platz. Verstehst du, was ich meine? Man versucht ja auch manchmal so mäßig, reichster Mann der Welt, Bill Gates, Jeff Bezos von Amazon und dann sagt man ja manchmal, keine Ahnung, Krupp oder, keine Ahnung, der und der, der das Öl damals 1900 gemacht hat, bla, hätte in Inflation so viel Geld... Voll, 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 voll. Kannst du gar nicht. Es ist ja immer auch der Wert dahinter. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Ja, genau. Worte. Worte gibt es ja nicht. Worte sind ja von Menschen erfunden und das meiste Leid... Aber was meinst du mit gibt es nicht? Gibt es ja. Ja, guck mal. Ist von Menschen erfunden, aber gibt es. Du meinst nicht in der Natur? Die meisten, anders, anders, so wie wir unser Programm, okay, wir haben ein Programm, okay, das werden wir nicht vergessen. Das hört sich vielleicht ein bisschen crazy an, aber es ist voll simpel und eigentlich voll billig so. Irgendwas ist in uns allen hardwired, okay? Du nimmst jetzt Samen, nimmst Erde, ich kenne mich botanisch jetzt nicht so gut aus. Du machst jetzt eine Pflanze da hinten hin, okay? Irgendwas ist in dieser Pflanze drin, irgendein Code. Irgendwas ist da drin, dass die Pflanze weiß, was sie tut. So, irgendwas ist da drin. Okay. Du hast jetzt einen Hund, okay? Du erklärst ihm nicht viel, er weiß grob, was er tun soll. Hunde sind ja künstlich selektiert, die sind ja nicht natürlich selektiert. Die kamen ja durch uns Menschen, um es zu nutzen. Das ist auch ein super Instrument gewesen. Aber unabhängig davon weiß der Hund, ohne dass du ihm viel erklären musst, grob hat er ein Basic-Programm. Instinkt. Genau. Ich weiß, ob man das nur Instinkt nennen kann, aber es ist... Wahrscheinlich Genetik, dann Instinkt. Was auch immer es ist, es hat ein Muster. Okay. Weil, wenn du drei Blumen siehst oder drei Hunde betrachtest, der eine geht zwar mehr nach links, aber alle gehen, alle... Nein, nein, ich verstehe voll. Es gibt ein grobes Muster. Es ist wie, wenn man eine französische Bulldog hatte und ich hatte eine und ich sehe die dann bei Nachbarn oder einem Freund von mir, die verhalten sich genau wie meine oder fast wie meine. Fast, genau. Aber nicht wie ein anderer Hunder. Emotionen sind bei Analyse das Gefährlichste. Du musst raus in die Makroansicht und nicht sagen, wenn du drei Hunde siehst, wie die sich bewegen. Ich sage dann direkt, wenn du die Menschheit... Bevor ich mir irgendwas erkläre, wo Leute sagen, wie kannst du... Bist du sicher? Guck mal. Solange gibt es die Menschheit, sagen wir mal. Okay. Und wir sind erst seit einer ganz, 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 ganz kurzen Zeitspanne der Welt. Ich weiß, ich will jetzt keine falsche Zahlen nennen. Auf der Erde meinst du? Sind wir nicht nur auf der Erde, wenn wir jetzt da nochmal reinzoomen, von der Zeit, die wir auf der Erde sind, wo es uns Menschen gibt. In einem ganz, 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 ganz kleinen Zeitraum wurden wir überhaupt relevant und Herrscher der Welt. Wir Menschen sind gar nicht Herrscher der Welt. Das ist erst seit kurzem. Auf das Zeitalter der Erde betrachtet, geschweige denn Universum, sind wir Menschen nichts. Und nicht nur, dass wir Menschen nichts sind. Wir haben es irgendwann in diesem Zeitpunkt geschafft, dass wir hier relevant werden. Und jetzt kommt's. Wir waren uns aber nie alle einig. Wir sind uns ja immer noch nicht alle einig. Darum muss man auch aufpassen, was Wahrheit ist. Solange herrschen wir über die Welt und erst so einen kurzen, kleinen, mini-Zeitraum, gibt es sowas, was wir Regeln nennen, Gesellschaft nennen. Du darfst nicht das, du sollst nicht dies. Was jetzt nicht heißt, dass es gut oder schlecht ist. Aber die Art, wie wir die Informationen übertragen und voneinander wissen, funktioniert das auf der Welt oder das auf der Welt? Ein großes Tool dafür Sprache. Bedeutet, du musst dich Folgendes fragen. Die größten Probleme auf der Welt. Nehmen wir einfach mal Streit. Oder Lügen. Lügen ist meiner Meinung nach Ursprung allen Übels, was den Intellekt, beziehungsweise durch den Intellekt des Menschen, durch das Bewusstsein und die kognitiven Fähigkeiten, dass wir sowas wie Sprache überhaupt erfinden können. Haben wir das Habitat gebildet, dass langfristig Probleme entstehen können? Weil wir haben eine Sache außer Betracht gelassen. Jetzt nochmal zum Thema Sprache. Warum Sprache nicht gibt's. Wenn ein Kind was möchte, okay, du bist jetzt ein Baby. Du willst irgendwas haben. Und ich will das haben. Ich bin ein Baby. Bedeutet wortwörtlich, mir fehlen Parameter auf der Welt. Mir fehlen Bookmarks. Mir fehlt, ah, wenn ich Wasser will, sage ich, ein Wasser. Und wenn meine Mutter sagt, sagst anständig, ah, noch ein Bookmark. Gib mir Wasser, bitte. Bedeutet, wir sammeln Bookmarks im Leben. Das heißt, man kommt auf die Welt, hat fünf Basic Bookmarks, die du vom Instinct her kennst. Und der Rest wird dir beigebracht. So, jetzt kommt's. Keiner sagt, ich spreche aber über die Qualität. Wir machen einfach unser Lager die ganze Zeit voll. Mama sagt, mach das, wir machen das. Papa sagt, mach das, wir machen das. Das heißt, wir sind eigentlich, darum sind wir als Kinder auch viel neugieriger und viel mehr am Suchen, warum ich auch das Bildungssystem so kritisiere, als wenn wir älter werden. Irgendwann sind wir dann so, weil wir gemerkt haben, ey, ich weiß 725 Dinge, davon brauche ich aber nur zwölf. Signifikant. Die anderen muss ich weiter faken in meinem Corporate von meinen Leuten, damit die Leute denken, dass ich ein valider Mensch bin. Aber jetzt nochmal zurück zur Sprache. Sprache haben wir irgendwann erfunden, um die Kommunikation leichter zu machen, weil du bist jetzt ein Baby und du willst das Ding haben. Du drückst erstmal alle Knöpfe. Du schreist. Du willst alle Knöpfe. Bis er checkt von meinen 80 Rufen, dass er wahrscheinlich Wasser will. Das Baby will wahrscheinlich Wasser. Also bring ich dir einen Code dafür bei. Also gibst du mir so, sagst du mir, sag Wasser, aber ich check kein Wasser. Ich bin ein Baby. Aber je intelligenter wird das Gehirn, wächst damit. Du wirst ja, das kumuliert ja, du wirst älter. Darum ist es ja auch so schlimm mit der Schule, weil das genau zu dem Zeitpunkt ist, wo die noch gerade am Aufbau sind. Menschen reden über, ist diese Droge schlecht im Kindesalter? Warum reden wir nicht über Schule? Was tut Schule deine Kreativität an im Kindesalter? Nicht, was tut Cannabis die im Kindesalter haben, was auch nicht gut ist übrigens. Also im Kindesalter. Jetzt haben wir Sprache als ein Instrument genommen, wo später jemand, wo davor einer gesagt hat, du bist jetzt da vor 50.000 Jahren. Du stehst da und du kommst einfach so in meinen Stamm. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Unser Gehirn funktioniert so, ob wir wollen oder nicht. Ob wir wollen oder nicht. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm für Menschen, die sagen möchten, ich will aber religiöse Ansichten reinbringen. Kann man auch, weil dieses Programm, was geschrieben wurde, kann ja auch Gott geschrieben haben. Es geht ja nicht darum, dass es ein Programm per se ist. Programm ist nur ein Wort, was ich gerade nehme, damit Leute verstehen, was ich meine. Es ist natürlich kein Programm per se mit Windows XP. Jetzt hat da jemand so ein, irgendwas ist in unserem Programm. Unser Gehirn, was wir wollen im Leben, das wissen wir oft nicht. Wir haben ein Programm und wenn wir aus der Makroperspektive rauszoomen, guck nicht auf dich, mich und meinen Opa und seinen Opa. Das ist zu wenig, das ist viel zu wenig, was wir analysieren. Guck dir die Menschheit per se an, nimm die Emotionen raus und du siehst, es sind Muster zu erkennen. Und je intelligenter wir werden, desto dümmer werden wir. Weil wir einfach nicht fassen können, wo unser Intellekt uns hinführt. Weil wir Dinge konzipieren und erschaffen können, wie jetzt zum Beispiel Sprache, die viele Vorteile, aber auf der anderen Seite Nachteile haben. Also Sprache ist natürlich gut, es wird Sprache haben, das wäre sowas nicht möglich. Wenn ich jetzt nämlich das Ding haben will und ich schreie, ah, ich will das Ding jetzt haben. Und du gibst mir das. Und im Laufe der Zeit merke ich, hey, oder nimm mal das Beispiel, du kommst in meinen Stamm. Ich bin jetzt hier in meinem Stamm am Sitzen, da ist meine Frau, da sind meine 27 Kinder, kein Plan, was es früher war, oder sieben Kinder. Da sind Tiere, keine Ahnung. Das ist mein jetzt Stamm. Und wir können nicht sprechen. Wir nehmen jetzt Sprache weg. Okay, das ist mal ein Gedankenexperiment, was ich gerne mache, auch heute noch so. Du kommst jetzt einfach rein. Also erstmal, wie guckt man? Ein Fremder kommt in deinen Stamm und wir leben auf einer Welt, das verliert. Ja, das ist das Berühmte, man kann nicht nicht kommunizieren. Ob ich jetzt nicht mal, wenn ich versuche, nicht zu kommunizieren, ist das Kommunikation. Genau, ganz genau. Was mache ich? Gucke ich? Aber diese Blicke, jetzt muss ich aber kurz mal auf das Mischpult gucken. Die Blicke sind so ein großer Knopf. Reden ist ein großer Knopf. Aber ab dem Moment, wo Buchstaben kommen, sind das Sandkörner. Darum kann man ja auch manipulieren. Manipulier mal ohne Worte. Hab mal Streit, der letzte Streit mit einem, der dir wichtig ist, wo du danach gemerkt hast. Wir haben es beide falsch verstanden. Es könnte gar nicht falsch verstanden werden ohne Sprache. Ja, man sagt, es gibt so ein berühmtes Zitat, ich hoffe, ich kriege das so ganz hin. Worte haben uns nahegebracht, aber erst überhaupt erst uns getrennt. Ich kriege das nicht ganz hin, sorry. Aber irgendwie Worte oder Sprache hat uns nähergebracht oder die Menschen zusammengebracht. Auf jeden Fall, viele Worte erst. Diese Tönung. Genau. Ich will damit nur sagen, lass mich eine Sache sagen. Wir beide haben ja ein Privileg. Wir sind ja mehrsprachig aufgewachsen, dadurch, dass wir natürlich Flüchtlinge sind und so weiter. Die Eltern, ja. Oder Immigranten, sage ich das einfach mal. Ich bin Flüchtling, du nicht. Ach stimmt, du bist Flüchtling. Ich muss mal sagen, ich bin entgegen meiner Optik voll der Herrmann. Also ich bin hier groß geworden, aufgewachsen. Es ist halt voll witzig. Wir kommen aus dem selben Land. Beides sind wir emigriert. Aber der eine, ich bin ja sogar im Iran geboren, bin im Iran noch zur Schule gegangen. Aber lange Rede, ich will nur sagen, wir haben auf jeden Fall noch eine ganz andere Sprache drauf, Farsi, Iranisch. Und dann sprechen wir ja auch noch Englisch so, Schulenglisch, bisschen hier und da, bisschen besser. Ich will damit nur sagen, eine Sache ist mir natürlich, ist jedem klar, der noch ein bisschen eine andere Sprache drauf hat und auch Spaß an der Sprache hat. Durch Sprache kommt auch Welt, ne? Also die ganze, alleine wenn ich, es gibt gewisse Dinge, die kann ich mit meiner Mutter nicht auf Deutsch besprechen einfach. Ich weiß einfach, ich kriege da kein Gefühl für rein. Das nennt man ja Frames. Das nennt man Frames. Ja, ganz genau. Darum bist du auch im Leben sehr, 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 sehr viel erfolgreicher. Und das können die meisten auch mit dem Begriff nicht kennen, wenn du Frames lesen kannst. Leider nicht hübscher, ja. Das brauchen wir nicht. Ich verkehren nicht mehr Sprachen. Wir haben Bar, du brauchst keine Schönheit. Nein, aber es ist, weil du dir Sachen anders vorstellen kannst, du kannst dich viel leichter in andere rein... Und ich sag dir noch eine ganz andere banale Geschichte. Es gibt Witze, die kriege ich nicht übersetzt auf Deutsch, aber auf Iranisch, du weißt es, wenn wir manchmal... Worte gibt, aber weil es Worte nicht gibt. Ja, es gibt die Worte nicht. Die Leute müssen das auch verstehen, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch fürs Erfolg. Nur das zu verstehen, macht einen schon erfolgreicher, weil man anders hinhört. Guck mal, wenn wir jetzt Worte nehmen, um ein Szenario zu beschreiben jetzt. Was haben wir eben als Beispiel gehabt, zum Beispiel mit dem... Nehmen wir das mit dem Stamm. Du kommst jetzt rein in meinen Stamm. Das Erste, was jemand macht, wenn jetzt hier einfach einer die Tür aufmacht, du sagst nicht, hallo, herzlich willkommen. Wir lassen es ganz, ganz tief bei der Wurzel anfangen. Deine Emotion, die kommt, ist eine Emotion. Jetzt kommt, du, ich und die Zuschauer wissen gerade, wie wir uns fühlen würden, wenn auf einmal in deren Zimmer oder wo auch immer die das gucken, auf einmal ist gerade einer reinkommen. Wir wissen alle, wie wir uns fühlen würden. Jetzt kommt's. Jetzt wollen wir uns... Komm, wir sind alle auf einem Nenner, richtig? Ja. Und es wurde noch nicht mal gesagt, wie wir uns fühlen. Bedeutet, es ist in jedem von uns ein Grundcode drin, wo nachvollziehbar ist. Oder das eine Gefühl, wenn du mit deiner Freundin Liebe machst... Zumindest anerzogen. Wir wissen alle, wir haben ein Muster, wir können es nachvollziehen. Wir ziehen die Linie nach, so. Diese Grundemotion... Und jetzt kommt's. Was ist es, was dich auf dem Weg dahin, diese Emotion auszuleben, was ich gerade nicht gut oder schlecht finde? So meine ich das nicht. Da habe ich gesagt, es ist gut, diese Wut zu spüren oder diese Angst zu spüren. Darum geht's gerade nicht. Diese Latenz zwischen ausleben, was du spürst und zwischen nicht sagen können, was du spürst, die ist eine sehr, sehr wichtige. Weil da entstehen Leitsituationen, da entstehen Strategiesituationen, da entsteht Business. Weil wenn du es schaffst zu wissen, ah, ich fühle mich so, verwerte die Emotion aber, weiß, wenn ich die so übertragen würde, mit diesen Worten kommt es so an, ich ändere meine Buchstaben, weil er versteht die Bedeutung so nicht. Für ihn ist es vielleicht gar nicht störend. Weil seine Bedeutung, warum er reinkam, war nicht, ich nehme deren Interviews auseinander. Seine Bedeutung war, oh mein Gott, park dein Wagen da schnell weg, bevor was passiert. Das heißt, im positiven Sinne können wir durch Kommunikation sagen, ich fühle mich abgefuckt, ich muss aber nachdenken, weil die Grundemotion ist gerade falsch, er will mir helfen. Das heißt, die Bedeutung zu verstehen, was er fühlt, wählt meine Worte. Das ist der Vorteil von Sprache. Der Nachteil ist aber, dass wir anfangen können, Dinge zu sagen, die nicht die Bedeutung sind. Bedeutet, ich kann jetzt... Ja, oder die wir nicht denken. Ich kann jetzt der Eigentümer von hier sagen. Jetzt kommt das Thema Frame ins Spiel. Sagen wir mal, das ist meine Show hier. Und du bist mein Gast. Du kommst jetzt in mein Büro und ich bin der heimliche Investor und Finanzierer von dem allen hier. Und sagen wir mal, ich bin eifersüchtig, weil letztes Mal, als ich zum Auto gegangen bin und meine Freundin bei mir war, oder ich habe keine Freundin jetzt, aber meine Freundin war bei mir, hat sie dir ein bisschen länger Tschüss gesagt als mir. Und das hat mich abgefuckt. Davon weißt du nicht, weil du einfach Tschüss gesagt hast. Sie tut so, als wäre das nie passiert. Und ich denke es mir aber, Stichwort Ego. Das ist eine Metapher. Und jetzt setze ich mich hier rein. Ich denke mir, okay, der Ruth, der ist ein bisschen ein Dorn in meinem Auge. Ey, Ruth, ganz kurz, läuft das hier mit dem, ich finde jetzt Sachen, so läuft es hier natürlich nicht, aber läuft es hier eigentlich mit dem Business ganz gut so? Ja, ich weiß, ich bin ehrlich, Ruth, wir müssten ein bisschen was ändern hier. Wir sollten ein bisschen mehr Kameras. Ja, ich mag das hier so, naja, frage ich dich so. Jetzt habe ich Worte benutzt, die über, es geht gar nicht um mein Business. Naja, du hast ein ganz anderes Gefühl. Jetzt springen wir zum Bildungssystem. Woher willst du wissen, dass der Lehrer, ich sage gerade nicht alle Lehrer, um Gottes Willen, ich arbeite mit sehr vielen Lehrern und Direktoren zusammen, halte viele Ehrenamtliche Schulvorträge. Alles gut, so. Ich muss da immer aufpassen. Ich sehe ein bisschen vom Stereotyp mich auf so einen Dozent oder Coach. Die Leute, die, die, du weißt doch gar nicht die Qualität der Buchstaben. Sagt er das gerade, weil er dir mit den Worten wirklich die Bedeutung sagen will, die du interpretierst? Weil ich, ich sage dir jetzt aus Ego, meine Bedeutung ist Ego, geh weg, du bist eine Bedrohung. Die Worte, die du aber empfängst in der Schublade, Feedback Business, bedeutet, weil ich jetzt sagen wir mal 40 Jahre älter wäre, als du in der Metapher und du ein ganz neuer Typ bist, der hier was reißen möchte. Du fängst dann an, an dir zu zweifeln. Ja, ja. Obwohl meine Worte... Oh, ist die Kamera wirklich so? Genau, genau. Und jetzt kommt, auf einmal siehst du dann im Alltag, dass meine Worte dem Verhalten nicht matchen. Weil ich dann bei Aria sage, geil, wie du das machst mit dieser Liedern in der Kamera. Und du denkst dir, ich habe dem Chef-Adrian von dem Gebäude doch letztes Mal noch gesagt, Liedern in der Kamera. Verstehst du? So zweifeln Menschen an sich so. Oder Lügen, Intrigen. Oder allein ist das Thema mit Medien, die Sachen anders darstellen. Darum kann ein Mensch mit vielen Parametern in ihrem Leben gecheckt hat, gar nicht auf Medienmanipulation reinfallen. Weil er checkt ja, dass es eine andere Darstellung der Sache ist. Aber ja, dazu eine Frage. Es ist ja so, mit Worten können wir lügen. Ich kann absichtlich dich belügen. Ich kann sagen, hinter dir sind keine Bücher und keine Plattformen. Ganz genau. Das ist eine Lüge. Aber stimmt das, die Annahme, dass man aber, also es gibt ja die verbale Kommunikation, es gibt ja die nonverbale Kommunikation und das ist das hier. Ja, ja. Dass man damit nicht lügen kann? Delivery setzt sich immer aus drei Komponenten zusammen. Du hast einmal Vocal Tonality, also die Art, wie du sprichst. Dann hast du noch alles, was mit Gestikulation und Mimik und so weiter und so fort zu tun hat. Und dann hast du noch die Sprache per se. Nicht die Sprache per se, du hast quasi deine Stimme, dann hast du quasi die Art, wie du dich bewegst, wie du dich, also von der Körpersprache her. Und dann hast du noch die Gesichtsausdrücke, quasi Facial Expressions. Das heißt, Gesichtsausdrücke, Stimme und die Art, wie du deinen Körper bewegst. Das sind die drei Hauptkomponenten. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, ich beweise mal kurz, dass es Sprache nicht gibt. Ich beweise es kurz. Ich kann einem denselben Satz sagen und den Frame ändern. Und das macht die Kunst von Kommunikation aus. Darum gibt es manche Menschen so, ich glaube, wir beide zählen zu denen, andere sagen das immer über uns so. Wenn Leute sagen, ey, wie konntest du das sagen? Hätte ich das gesagt, hätte er mir eine Backpfeife gegeben. Verstehst du, was ich meine? Ich sage immer, Shoutout an meinen Englischlehrer, Herr Schulte. Schöne Grüße, der hat mir mal ein Buch empfohlen. Boah, Digga, wie kam ich jetzt schon auf den Namen? Manchmal muss ich sehr lange über so Namen nachdenken, aber der kam jetzt. Der hat mir mal ein Buch, der hat mir wirklich immer Bücher empfohlen. Und der hat mir ein Buch gegeben damals, ich komme nicht mehr darauf, welcher Autor das war, aber der Titel war, du kannst jedem Menschen alles sagen. Du kannst jedem Menschen alles sagen. Es kommt nur darauf an, wie. Absolut richtig. Und das ist der Punkt, also ganz ehrlich, meine ganze Show, die Interviews, die Podcasts, davon leben sie. Das sind ja nicht deine Worte per se. Ich sage auch immer alles, aber es kommt halt immer darauf an, wie. Manchmal delay ich eine Sache und trigger ein bisschen, bringe später, serve später. Und die Leute sagen, krass, dass du dem das so gesagt hast. Ja, aber in dem Moment, und ich nutze ja auch... Wir wissen ja auch, wie. Es ist ja nicht nur Worte. Nein, natürlich nicht. Darum finde ich auch, das meine ich gerade nicht wertend, aber jede Person, die, ich halte auch nichts von diesem, gerade wegen meiner Vergangenheit, halte ich gar nichts von diesem, ja, der ist eher der Ruhigere, der ist eher der das. Ja, kann sein, aber du kannst trotzdem improven. Das hat nichts zu bedeuten. Du kannst trotzdem improven. Warum? Weil wenn du jetzt sagst, nö, ich bin eher so der Ruhigere und will Dings, okay, dann hast du aber ein Riesenproblem, was wir beide nicht haben. Das vergessen Leute, die wenig kommunizieren oft. Weil das Thema Sprache ist ja sehr deep, es ist aber nicht nur negativ. Ins Positive gewandelt wird es ja eine richtig geile strategische Kunstform. Es ist ja wirklich ein Sport. Übrigens entsteht so auch Rap-Musik entsteht ja durch diesen Framing. Kann ich gleich drauf eingehen. Du musst dir vorstellen, ab dem Moment, wo du, ab dem Moment, wo du anfängst, boah, was soll ich mal genau sagen? Irgendwas anderes Beispiel, irgendwas Wichtigeres, was dazu gepasst hat gerade. Genau. Ab dem Moment, wo du anfängst, mit Worten, nur mit Worten zu glänzen, ein ruhiger Typ zu sein, der sagt, ich bin unaufhängig, ich bin im Hintergrund. Diese unaufhängigen, also alle, die das hören, auf jeden Fall daran arbeiten. Ich sage euch gerade noch, warum. Die jetzt die Ruhigeren sind, die sagen, ich bin jetzt wieder so der Rumspringler, mach nicht diese Metaphern, mach jetzt nicht die Geschichten, bin eher der Ruhigere, okay. Kein Problem, aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Dann sitzen zwei deiner Partner, eigentlich alle drei, auf der Ersatzbank. Deine Körpersprache sitzt auf der Ersatzbank, deine Vocal-Tonelle, also deine Art, wie du redest, deine Stimme, deine Sprache und deine Mimik. Bedeutet, alles liegt auf dem Parameter. Ist dir mal aufgefallen, dass nichts lauter ist, als ein Introvertierter, der spricht? Wenn jemand, der kaum redet, redet, denkst du dir, wow. Ja, und vor allem hast du nichts anderes als die Information aus dem Wort. Ganz genau, er hat ja nur seine Worte, du hast ja nicht dieses, was wir machen. Deswegen sind die Leute nicht witzig oder so, also die können ja nicht. Genau, weil die Idee, was passiert jetzt? Er wird nicht witzig, kriegt ein Feedback und zieht dich noch mehr zurück. Komfortzone wird weiter eingeschränkt. Also, ne, ich meinst du das jetzt auch nicht so, dass die Leute denken, was denkt der, wer der ist. Nein, es hat ja auch Nachteile. Damit meine ich halt, wenn man witzig ist oder witzig sein will oder einen Witz erzählt, hat das ja ein paar Ebenen. Die Tonalität ist sehr wichtig, Timing ist wichtig und vor allem, denke ich, auch Körpersprache ist sehr wichtig. Voll, voll, voll. Und gerade bei so Introvertierten, es gibt ja, kennst du Rüdiger Hoffmann noch? Nee, leider nicht. Ja, es ist nicht ganz deine Zeit. Shoutout, Rüdiger Hoffmann, einer der Besten, der ja auf diesem Stuhl sitzt und sagt. Mit der Brille? Boah, weiß ich. Es geht wirklich, ist das so ein Speaker, wissenschaftlich Typ, Coach Typ? Ich zeig dir den einmal, vielleicht kennst du ihn, dann ist Rüdiger Hoffmann einer, der das wirklich so ein bisschen rüdiger... Das ist halt einer mit denen so, so ein Mensch ist das so. War der nicht Comedian? Ja, genau. Der war Comedian, aber länger her. Er macht halt nicht so diese Comedy, die man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, von mir erwarten würde. Ist das dieser Monotone? Ganz genau. Ja, es ist voll, aber das ist trotzdem... Ja, ja, natürlich. Ich weiß voll, was du meinst. Vielleicht sogar messerscharf, weil er macht nicht so, wie ich das machen würde, sondern... Ja, aber wenn er mich jetzt anrufen würde... Und es sitzt, es sitzt. Dann sitzt das. Timing... Das ist ja das Ziel von Kommunikation, so. Auch wie man erfolgreicher kommuniziert und allgemein. Es ist nicht wichtig, wie, was und wo du sagst. Die meisten Sätze, die ich spreche, die sind falsch. Die sind alle vom Satzbau falsch. Die haben gar keinen Sinn. Aber darum geht es nicht. Es gibt die Frames, die ich dir einpflanze. Das Gefühl, was ich dir geben will. Beispiel. Ich sag zu dir jetzt... Nehmen wir mal keine Ahnung was. Das ist eine Wasserflasche, okay? Das ist meine Flasche. Und wir machen jetzt einen Gag, okay? Du nimmst ihn jetzt weg. Aus Gag. Kennst du das, wo man sagt so... Wenn du jemandem sagst so... Kann ich mal dein Wasser haben? Dankeschön. So aus Gag. Keine Ahnung. Jetzt sagen wir mal, ich sag anders. Die selbe Sache anders. Kann ich mal dein Wasser haben? Dankeschön. Du denkst, ich will dich nach einem Interview vergewaltigen. Naja, ich weiß nicht. Ne, aber das ist ja auch so dieses gewisse... Dieses... Na? Oder? Na? Oder? Ja? Das ist ja auch, warum man begrüßen anders verstehen muss. Beispiel, wenn jemand... Wenn man jetzt jemanden hat, der jemanden begrüßt, okay? Worte und Bedeutung. Das ist einer der wichtigsten Themen, die man lernen sollte im Leben. Worte und Bedeutung. Die meisten Worte entsprechen überhaupt nicht der Bedeutung. Aber ich rede von überhaupt nicht. Beispiel. Hi, was geht? Oder hey, was geht? Ich übersetze das mal. Ich begrüße mein Gegenüber und bin höflich. Und zeige mich interessiert an seinem Leben. Fertig. So. Ich will nicht wissen, was geht. Also was sich... Nein, nein. Das ist ja logisch. Aber wir sind ein bisschen tiefer. Wir gehen jetzt noch tiefer rein. Ich kann aber genauso auch jemanden wiedersehen, den ich lange nicht gesehen habe und nicht sehen möchte, weil ich ihn nicht leiden kann. Und dann sagt man, hi, was geht? Was geht? Alles gut? Ich kann sagen, hey, was geht? Alles gut? Ja, das eine ist geschlossen, das andere ist auch nicht klar. Ich kann aber auch dir mit, hey, was geht? Alles gut? Kann ich dir auch zeigen, dass es mir voll wichtig ist, wie es dir geht. Ey, was geht? Ja, oder man kann auch zum Beispiel zeigen, dass ich gehört habe, dass es dir schlecht geht. Voll. Alles gut bei dir? Absolut der Punkt. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn man so fragt, die Leute eher auch tendieren dazu, dir zu sagen, nein, nein, aber ich habe das Gefühl, die tendieren eher auch dazu, auch diese Gefühlslage anzunehmen, die du denen implizierst. Voll, voll. Hey, Alter, alles gut bei dir? Ich habe merkt, in letzter Zeit geht es dir nicht gut dann. Dann auf einmal, ja, nee, geht schon, aber ja, hast recht, das eine Ding und... Safe. Deswegen ist das auch... Du framest die, die kommen da nicht mehr raus. Absolut richtig, absolut richtig. Und das weißt du, wenn du hier reinkommst und ich sage, ey, Adrian, voll der Tollpatsch, Und wenn ich das jetzt jede Woche sage, wenn du kommst, du denkst das selbst und dann gehst du Tollpatsch. Oder was auch immer. Im Code davon ist drinne, dass das Teil deines Körpers wird, weil das ist ja kein Apfel mehr da drin. Der Apfel zersetzt sich und die Mikro, Makro, was auch immer Werte, die werden Teil deines Codes, Teil deines Körpers. Du scheidest wieder was aus und das sollte im Naturfalle auch wieder Teil der Welt werden. Darum sind auch sehr viele Esoterik-Fans und Natur-Fans auch so Fan von einheitlich, weil die sehen alles in so einem Kreislauf und sagen, ey, fass doch den Kreislauf nicht immer so krass an. Heißt, wenn du Worte nimmst und mal darstellst, siehst du folgenden Fehler. Jeder auf der Welt weiß, dass die Worte nicht Buchstabe für Buchstabe zu nehmen sind. Aber das Dümmste, was Menschen machen, ist, wir haben ein Thema zueinander, wir nehmen die Worte. Bei uns bedeutet, wir haben jetzt Hermann und Simon, ohne Rassistisch zu meinen oder so, die leben an einem ganz anderen Ort und die reden ganz anders als wir, die gehen nur angeln, ich feiere Angeln, um was Willen, die gehen nur angeln, die hören nur ihre Schützenmusik, die ich nicht kenne und nicht werten meine, die machen ihr Ding so. Und wir machen unser Ding so. Wenn ich dich begrüße und sage, Alter, was geht ab? Ist das für uns nicht, Alter, was geht ab? Nein, 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 das ist ein absoluter Catch-Ride. Genau, einfach ganz so, jetzt kommt's. Wie verbuchen wir das Alter, was geht ab? Für uns ist das Alter, was geht ab? Die Buchstaben, Alter, was geht ab, sind bei uns in der Kategorie eingeplant, in der Schublade, wie es für uns halt ist. Wie gesagt, man kann das nicht erklären, das ist eine Bedeutung. Jetzt gehen wir aber und jetzt kommt's. Jetzt sind Simon und Max da und gucken sich ein Gespräch von den beiden an. Jetzt hören die, Alter, was geht ab, Mann. Für die ist, Alter, was geht ab, Mann geht dann bei denen nicht in die Kategorie. Weil bei denen würde das in die Kategorie gehen, wenn wir sagen würden, keine Ahnung, wie die sich begrüßen. Jetzt müssen wir gucken, was Äquivalente. Ja, grüß Gott, was weiß ich. Wie geht so? Grüß Gott ist bei denen, Alter, was geht ab. Bedeutet, jetzt kommt's. Darum finden manche Leute auch andere Sprachen lustig und die Leute verstehen das nicht, weil wir relativieren das auf unsere Sprache. Wir hören uns jetzt den Typen an und sagen uns, so, was will er gerade sagen? Er sagt dann, grüß Gott, was geht und was auch immer. Und wir denken uns, was ist mit dem? Und er denkt sich, was ist mit denen? Aber wir meinen beide dasselbe. Wir meinen beide dasselbe. Es geht in die selbe Kategorie. Missverständnis und Hetze entsteht nur, wenn du die Buchstaben nimmst und ihre Bedeutung verlieren lässt und das aus dem Kontext ziehst. Bedeutet, diese Worte bei denen in die Schublade reintun, wie die die einstufen würden. Asozial vielleicht, keine Ahnung. Das heißt, darum kommt es auch gar nicht erst dazu, dass man sieht, wie intelligent sehr viele Menschen sind, weil man die mal mit sich selbst vergleicht. Und ich finde, das ist in Deutschland sehr krass so. Nicht wegen der Deutschen oder Auslandung, wie gesagt, ich bin hier geboren, aufgewachsen, keine Ahnung. Aber ich finde halt, wer sich mit Sprache nicht auseinandersetzt, verliert viel. Weil du musst wissen, dass, wenn wir das Thema Beziehung, wenn ein Mädchen, bei mir war das so, wo ich noch jung war und keinen Plan hatte, bevor Beziehungscoachings alles kamen und so weiter. Also das ist ein Fachgebiet, wo du mich irgendwie beschäftigt hast. Die Menschen, die nehmen jedes Wort für voll. Wenn eine Frau zu dir zum Beispiel sagt, ein Mädchen zu mir gesagt, ja, so mich zu überzeugen, musst du dir echt ein bisschen mehr Mühe geben. Diese Worte sind nicht das, was sie meint. Verstehst du, was ich meine? Wir wissen alle, was sie damit meinen. Wir wissen auch alle, wie es geendet ist mit der Situation. Die war nicht positiv. Ich wurde komplett verarscht und was auch immer und ausgenutzt von A bis Z und habe ihr alles Mögliche ermöglichen wollen, habe sie im Endeffekt natürlich nicht bekommen können. Wenn du aber jetzt im Strahlen, wenn du aber ein deepes Thema dazu packst, was Sprache komplett zersch... Was komplett das Ganze so macht, dass dir die Kinnlade runterfällt, ist, wenn du bedenkst, ist, dass wenn du Worte falsch aufnimmst und falsch verbuchst und das noch kombinierst mit einer der größten Manipulationsanfälligkeiten in unserem menschlichen Gehirn, da siehst du erst mal, wow, wir haben ein Riesenproblem auf dieser Welt, wenn wir das nicht wissen. Und es ist Folgendes. Du hast Sprache und du hast Buchstaben, die übertragen etwas. Ab dem Moment, wo du Buchstaben überträgst, die nicht deinem Frame entsprechen, was du eigentlich meinst, ab dem Moment herrscht eine... Es ist nicht mehr die Wahrheit. Es ist nicht mehr real. Ich lüge. Bedeutet, wenn ich es schaffen sollte, dir A, B und C zu sagen, aber ich meine X, Y, Z und du speicherst das als A, B und C weg, geht schon los. Ich habe durch Sprache was in Gang gesetzt, was vorher nicht war. Es ist nicht schlimm. Bewerbungsgespräch, du willst nicht, dass die Person sieht, wie du nervös du warst. Das ist alles cool. Aber jetzt kommt das größte Problem dazu. Und das ist das sogenannte Gesetz der Macht. Es gibt sehr, sehr viele psychologische Phänomene, auf die wir Menschen unterbewusst... Ja, ob wir wollen oder nicht. Ob wir wollen oder nicht. Ich wollte hier noch rüber screenshotten. Ich ziehe mir ja die ganze Zeit Bücher rein darüber. Also über dieses Thema auch. Und es ist so interessant, dass Werbung funktioniert, ob du willst oder nicht. Und wenn du dich für besonders schlau hältst, dann macht die Werbeindustrie eine andere Werbung für dich. Das nennt man Third-Person-Effekt übrigens. Ja, ganz genau. Wenn Menschen sich denken, ja, Werbung klappt voll, ich kann es auch nachvollziehen, bei mir nicht. Bei mir nicht. Und dann gibt es manchmal Werbung, die sich selbst auf die Schippe nimmt. Das wirkt dann zum Beispiel bei dir. Allein, dass du Werbung kennst, beweist das, weil es gibt eine Plattform X, nennen wir Werbung. Jetzt durch Digitalisierung wandelt sich das. Es war beim Fernsehen und jetzt kommt es dadurch, dass jeder publizieren kann, was er will, dank Internet und so weiter und so fort. Aber die Plattform, es gibt immer noch sowas wie sichtbare Sachen. Und unter den sichtbaren Sachen fallen die Dinge auf, die sichtbar sind und die unsichtbaren halt nicht. Das heißt, allein wenn wir uns darüber unterhalten sollten, ob die Per-Woll-Werbung auffällig ist und du sagst, nö, du redest über Per-Woll. Du redest gerade nicht über das Start-up deines Cousins, was besseres vorteil als er. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das ist Werbung im Sinne von Werben ist ja auch, es funktioniert ja auch alles. Absolut, absolut. Also historisch gesehen ist es ja. Guck mal, wenn du diese Prinzipien verstehst, ich versuche die alle, wird aber nicht klappen, alle in meinem ersten Buch zusammenzufassen. Ich werde aber wahrscheinlich mehrere Bücher rausbringen müssen. Aber wenn du einmal verstehst. Ja, bring erstmal eins raus. Aber lass uns über dein Buch gleich reden. Sag ruhig den Satz noch zu Ende. Achso, ja, genau. Du hast ja immer mit Folgendes dir selbst zu sagen. Du bist nicht immer Herr deines Kopfes. Die Menschen tun so, als wären sie es. Die Menschen, wenn du jetzt da draußen jemanden anguckst, okay, der da lang über die Straße läuft und mit sich selbst so reden würde. Aber laut, laut, wirklich laut reden würde. Und sagen würde, kann ich da rüber laufen gehen? Soll ich meinen Fuß mal reintun? Nee, wo kann ich das machen? Und später wollte ich da auch das machen? Und meine Freunde haben mir gerade geschrieben, nein, ich habe Hunger, 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 Durst. Ich muss, ey, ich habe lange keinen Sex mehr gehabt. Du würdest denken, der Typ ist durch. Du würdest den typisch gestört. Aber jeder von uns redet so in seinem Kopf. Jeder von uns redet so in seinem Kopf. Und man denkt, das ist normal. Man denkt, das ist normal. Nein, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ey, kannst du mir, jetzt wo du darüber redest, ne? Ja. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber manchmal, ich denke lange und werde immer lauter dabei. Ich habe schon, also Selbstgespräche würde ich jetzt noch nicht sagen, aber manchmal tappe ich mich dabei zu flüstern. Voll, nee, nee, voll, 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 voll. Aber was ist das? Das ist aber auch, guck mal, das ist einer, die... Und dann denke ich mir immer, da gucke ich immer in der Bahn manchmal so. Guck mal, es gibt immer erst mal folgende ganz, ganz, ganz wichtige Aussage. Das müssen wir auch alle checken müssen, so. Weil sonst ist das so voll der weird stuff, so. Aber es ist eigentlich voll sexy, das Thema. Voll, voll, das ist so cool. Du bist einfach so... Gut, das wird peinlich, aber... Hey, du bist voll sexy. Das ist voll sexy. Das ist so richtig cheat, so. Du bist in einem in demselben Raum wie alle anderen, du siehst einfach mehr. Das ist so richtig X-Man-Style. Guck mal, die Menschen denken immer, Stimme nachdenken ist doch voll normal. Klar bin ich meine Stimme, das bin doch ich. Nein, guck mal, wenn du deine Stimme wärst, wer ist dann die Person, der die Stimme wahrnimmt? Es gibt doch einen, der die Stimme hört. Plus... Du bist wahrscheinlich... Ja, oder sagst du das nicht. Plus, es gibt ja auch Momente, wo du dich ertappst. Wo du... Also du kannst dich ertappen, da müssen... Genau. Wir reden immer von zwei. Aber das Problem ist, so wie die Leute... Ich sehe meinen Kopf gar nicht. Mein Kopf ist seit Jahren nicht so. Mein Kopf ist nicht... Anders. Wenn mein Kopf durcheinander ist, das ist immer übrigens Achtsamkeit und Präsenz, dann merke ich, wow, mein Kopf ist durch, Dicker. Was ist denn hier los? Es ist nicht synchron. Nein, man merkt so, wow, was ist denn hier los? Weißt du, oft das so ist, dass ich mir denke, halt deine Schnauze. Was redest du da? Das war mir auch so. Und jetzt kommt, das ist ein Biegen, das nennt man übrigens Präsentsein, weil Zweifel und Sorgen und... Anders. Zweifel sind immer Sachen aus der Vergangenheit, okay? Dinge aus der Vergangenheit bringen einen zum Zweifeln, okay? Wenn du zweifelst, ist es irgendein Punkt X aus der Vergangenheit, der dich dich loslässt. Und Ängste und Sorgen ist immer irgendwas aus der Zukunft, was dich nicht loslässt. Bedeutet, das Ziel ist, wenn du nicht in deinem Kopf... Das ist ja übrigens Monkey Mind, man kann YouTube was eingeben, dazu ein bisschen lernen. Wenn dein Kopf nicht zur Ruhe kommt, dann musst du dich resetten. So, und jetzt kommt's. Nehmen wir das Wort Meditation. Die krassesten Gangster-Rapper checken nicht, dass sie meditieren. Die checken's nicht. Man denkt, boah, Meditation, voll das langweilige Thema. Nein. Aber man nicht genau weiß, was damit ist. Achtsam im Moment leben. Und jetzt kommen wir wieder zum genetischen Code zurück. Dieser Flow. Wenn du Hunde siehst, okay, oder Tiere siehst, okay, wir reden jetzt am besten von Tieren, die am wenigsten auf natürlicher Weise beeinflusst wurden dem, was sie tun, okay, dann wird dir auffallen... Und nehmen wir Kinder, bevor der ganze Schwachsinn in den Kopf getrichtert wurde in der Gesellschaft. Nehmen wir Kinder. Du nimmst ihnen, du gibst ihnen dieses Spielzeug. So, dann nimmst du's ihnen weg. Sie schreien wie verrückt, sie gehen kaputt. Dann gibst du's ihnen wieder. Fertig. So, mach das mal bei deinem Erwachsenen. Du nimmst ihnen das weg. Er kriegt's irgendwann wieder. Dann sitzt er fünf Wochen danach mit melancholischer Musik bei der ZDF-Show. Ja, mir wurde... Entschuldigung, irgendeiner Fernsehshow. Mir wurde das vorher weggenommen. Dann schreibt er ein Gedicht darüber. Dann redet er sechs Jahre. Ja, ich hab auch eine Story im Leben. Ich hatte ein großes Problem früher. Mir wurde das Ding... Die Möglichkeit überhaupt, Dinge dokumentiert im Kopf zu haben und wieder zu reflektieren, machen uns in vielen Fällen kaputt. Und intelligente Menschen macht es erfolgreicher, weil die analysieren können. Das heißt, du musst Herr deines Verstandes werden. Ja, Reflektion oder so. Die Sache ist, ich denke oft darüber nach, bei Tieren zum Beispiel. Das, was du gerade erzählt hast, dieses, dass man... Also guck mal, wir haben ja jetzt locker 20 Minuten über Sprache, über Probleme in der Sprache, Lügen, Jetzt sein und Präsenz. Und dieses, was du gerade noch gesagt hast, passt auch noch sehr gut dazu. Dass man so etwas sozusagen im Kopf abspeichert. Ich nenne es verbucht immer gerne. Verbucht einen Buchstaben mit einem Frame. Sehr interessant. Das ist eine gute, interessante Idee. Das verbucht man negativ, das verbucht man gut. Und meistens ja eigentlich... Allermeistens ist genau wie YouTube-Kommentare. Bleibt bei mir ein Negativer hängen. Nicht die Positiven. Immer, immer. Das liegt aber auch an. Das ist auch wieder der Code. Ja, das liegt im Code. Aber denk doch mal nach. Es ist voll logisch. Es ist voll logisch. Der Code, der gemacht wurde, dass wir überleben und reproduzieren. Weil, ob wir wollen oder nicht. Wenn du die Menschheit komplett betrachtest und das auf einen Satz zusammenfassen musst. Es geht immer um... Überleben und reproduzieren. Und alle Formen, alles in unserem Gehirn unterstützt und animiert oder gibt uns ein Motiv. Weil motiviert kommt das Motiv. Gibt uns einen Grund, ein Warum. Ja, alles gut. Lass mich genau dazu sagen. Es gibt uns ein Warum. Es gibt uns ein Motiv. Wir verbuchen Dinge. Alles gut. Was ist mit Tieren? Ich denke voll oft darüber nach. Zum Beispiel unsere Katze und so. Ich denke auch immer nach. Alter, was guckst du mich wieder so drei Stunden an? Ey, was willst du überhaupt? Es ist ja super schwer, mit einer Katze zu kommunizieren. Super schwer. Ein Hund... Also, ihr habt ja zwei Hunde. Ja, also, meine Familie hat zwei Hunde. Ich will jetzt nämlich unfair sein, weil ich respektiere jeden, der sich um seine Haustiere kümmert. Meine Familie kümmert sich um die beiden Mausi-Babys. Also, ihr habt ja... Und Hund ist ja immer so... Hund ist sehr einfach. Also, zumindest stelle ich mir das einfach vor. Die wedeln mit dem Schwanz. Die hecheln dich an. Die springen dich an. Du hast eine gewisse... Du weißt schon, okay, die will raus. Die will pissen. Die will essen. Blablabla. Katze. Super schwer. Unglaublich schwer. Aber mal abgesehen davon. Ich will das nicht zu vertiefen. Darüber können wir nächstes Mal reden. Ich will nur sagen, ich denke über Dina. nach über... Verbuchen die Erfahrungen. Lernen die. Also, ganz sicher kann sich... Also, unser Hund kann sich ganz sicher merken. Bei einer Glocke. Ne? Pavlov. Das nennt man Operant der Konditionierung. Ja, also... Für alle, die die Sachen noch lernen. Ich würde jedem empfehlen, sowas auch nachzulegen. YouTube hat wundervolle Videos zu meiner Zeit. Ja, lass uns doch mal... Lass uns doch mal... Pass auf. Wir haben jetzt... Ich muss da eine Sache sagen. Lass uns mal ganz kurz... Ganz kurz einen Stopp machen. Also, das ist... Adrian Roosevelt bringt ein sehr... Bringt ein Buch raus. Sorry, dass wir so reingeplatzt sind in das Ding. Das ist sehr interessant. Ey, Leute, wir strugglen lange schon damit. Ich will auch kein Geheimnis draus machen. Ruth ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, was vielleicht für dich... Also... Wir sind da schon lange schon bei, jetzt zu überlegen, zu sagen, wie kriegen wir so einen Penner wie mich irgendwie erklärt? Ja, wir müssen auf jeden Fall... Ich habe ihn schon aufgegeben. Aber ich bin gerne bereit, bei dir wirklich die Ausnahme zu machen, weil du so ein komplexer Typ bist und weil du so viele Themen auch wirklich drauf hast. Darüber reden wir gleich. Auf Zuruf. Das heißt, schreibt mir ruhig in die Kommentare, welches Thema euch interessiert. Auch gerne zu den Themen, die wir besprechen. Und ihr könnt Adrian, ich werde das verlinken, ihr kennt ihn wahrscheinlich eh schon alle, auch nochmal ein bisschen stalken, gucken, welche Themen euch interessieren. Dann machen wir eine zweite Folge. Was hältst du davon? Sehr gerne. Dann gehen wir nochmal auf die Themen ein, auf die Fragen. Weil ich denke so, also es geht mir ja so, ich Whatsapp dir regelmäßig Fragen drüber und du schickst mir ein Buch dazu. Ich denke, dass dieses Privileg hätten viele gerne da draußen. Also, ich will nur ganz kurz sagen, bald gibt es auch ein Buch von dir, Erfolg aus Prinzip. So heißt das Buch, ne? Ja, das erste. Bullstein Verlag, auch kein Penner Verlag, wo jeder YouTuber was rauskriegt. Sorry, kein Diss, aber du weißt. Ey, ich hasse... Es gibt ja so Verlage, da kann jeder... Einer der größten Gründe, warum ich ein, zwei Jahre... Was viele nicht wissen ist, ich hatte, das wissen wahrscheinlich viele so, ich hatte ja sehr viele erfolgreiche virale Videos und die waren auch gezielt viral. Ja. Und alle in Deutschland... Kann die auch mal verlinken, falls jetzt wirklich einer nicht weiß. Also es gibt ein, zwei Videos, die müsste man eigentlich schon nie gesehen haben. Es könnten noch tausende noch sein. Vielleicht mache ich auch wieder zehn Stück am Stück. Ich habe so viele Themen. Aber ich meine halt, es gibt ein, zwei wirklich geile Dinger von dir, die rumgegangen sind. Zum einen das Schulsystemkritik. Das hat mich so... Guck mal, das war das Kernproblem. Nachdem das Schulvideo viral gegangen ist, jeder Social Media-Expert, die alle in Deutschland kenne ich Gott sei Dank, die haben auch geschrieben wortwörtlich so. Da haben wir sind auch gemeinsame Freunde von uns. Und die so, Adrian, ganz Deutschland guckt gerade auf deine Worte. Bring jetzt durchgehend Videos. Und ich so, ey, Dicker, dann ist so, ja, kann ich machen, aber Alter, dann bin ich so eine Timeline-Nervensäge, Alter. Dann bin ich so eine Timeline-Nervensäge. Das war ja eigentlich, man muss ja sagen, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nicht dein Game. Ich kann die auch alle nicht leiden. Das ist mir auch so egal, wie geschäftsschädigend das ist. Ich mag diese Leute alle nicht. Und die sollen mir auch aufhören zu schreiben und die sollen auch aufhören, euch Bullshit zu erklären, weil das war auch der Kerngrund, warum ich irgendwie da zurückkam. Weil als die Videos viral gegangen sind und so weiter und so fort und auf einmal, ich habe, ich habe jetzt, glaube ich, 50.000 bis 70.000 Fans bewusst verloren auf Instagram. Weil das einfach die Leute waren, die wollten euch die Schule beleidigen. Ich würde ja nicht die Schule beleidigen. Es ist so einseitig. Die kommen, die folgen dir wegen einer Sache. Voll, voll, voll. Und dann sehen die, ey, boah, das labert ja noch über Finanzen. Genau. Ich will die ganze Zeit hören, Lehrer sind scheiße. Ey, ich habe extra aus Prinzip nur auf Instagram alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Ich habe extra so komplexe Sachen gepostet, die keiner checkt, dann so Sachen, damit einfach ich rauskristallisiere so. Wer hat Bock, sich zu optimieren? Du musst ja nicht der Schlauste sein. Ich mache dich schlauer. Ich bin der festen Überzeugung, ich kann den dümmsten Menschen zum krassesten Typen machen. So die krassesten Typen. Ich glaube, das stinkt, das wissen ja alle. PHP wissen die alle gar nicht. Also, das können wir, wie gesagt, ich verlinke deine Schule. Also, Adrian arbeitet. Kann man sagen, du arbeitest... Das kann man eigentlich gar nicht verlinken, weil da gibt es gar nichts zu finden. Aber ich weiß, was du meinst. Ich verlinke auf jeden Fall deine Social, dann kann man dich ein bisschen stalken. Lass uns doch dazu nochmal ein anderes Video machen, weil das ist ein richtig krasses Thema. Er arbeitet an einer Art eigene Schule. Oder wie kann man das sagen, wenn dann eine Fortbildungs... Die erste Firma, die ich gegründet hatte, war, als ich aus dem Mobbing und Missbrauchssituationen und Problemen und Schulsystemprobleme, als ich selber rauskam und absolut mein Leben retten musste, wirklich, es ging wirklich nie darum, anderen zu helfen, erst mal. Erst mal ging es darum, ich wollte mein Leben setten. Ich wollte nicht mein Opfer sein, kein Loser mehr sein. Ich wollte irgendwas im Leben hinkriegen. Ich wollte einen Satz sprechen können, ohne mich zu schämen. Ich wollte Freunde haben. Kennst du diese typischen Szenarien, wo du in so Image-Stock-Videos ein Häuschen siehst im Winter, wo drin eine Kerze brennt und alles ist schön warm und draus steht einer? So war das immer bei mir, den ganzen Partys und den ganzen... Verstehst du, ich habe alles beobachtet, nicht mitbekommen so und ich wollte immer Teil der Sache sein. Ich hatte halt keine Pubertät. Ich kenne den ganzen Kram nicht. Und ich wollte das unbedingt haben. Und als ich dann die Parameter gesammelt habe und gemerkt habe, alter, ich konnte vom Minus irgendwas werden. Irgendwas, ich konnte mein Leben retten. Ich konnte irgendwas erreichen so und habe ich mich so aufgeregt, dass es das nicht schon gibt, dass jemand, es eine Institution, ein Ort gibt, wo Menschen dir wortwörtlich, mental, körperlich, beruflich die Tools geben, die wirklich in der Praxis funktionieren, wo du nur das lernst, was du brauchst, was dir wirklich reelle Ergebnisse im Alltag bietet. Und dann sitze ich da mit 20 Jahren und denke mir, es gibt sowas nicht. Ich sehe täglich Menschen, die Probleme haben. Ich gründe eine eigene Schule. Aber willst du mir sagen, der Satz des Pythagoras hat dir im Leben nichts gebracht? Ey, das Traurige ist, auch wenn immer Leute sagen, ja, aber voll viele Themen, die ich weiß auf der Schule oder wo ich mir denke, guck mal, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Das ist die dümmste Aussage, die es gibt. Hör mal zu, guck mal. Mann, Alter, hör auf. Die sieben Dinge von 325, die du in der Schule gelernt hast oder in der Uni gelernt hast, wo du, ich sage, ich rede nicht von jedem Unifach, wie gesagt, es kommt immer aufs Fach an, bitte nicht falsch verstehen. Aber die sieben von 325 Fächer, die du gelernt hast, so, mussten diese anderen, ich habe keinen Bock zu rechnen, jetzt 300 Punkte sein. Also mussten von 250 Punkten, wenn du 15 Punkte gecheckt hast, mussten die 235 anderen Punkte wirklich sein. Sag es mir. Nee, ich habe ja Kommunikationssicherheit studiert und auf Magister auch beendet. Ich weiß, viele sagen immer, ich habe studiert, ich studiert ein Semester, aber ich habe es leider auch beendet, blöderweise, jetzt denke ich mir im Nachhinein, so, was habe ich da gemacht? Und du hast ja auch noch ziehen wollen, das darf ich nicht vergessen, du hast ja extra nach Dozenten gesucht, die Ahnung haben, und du hast ja gute Dozenten gehabt. Ich habe, Gott sei Dank, ich bin wirklich danach gegangen nach einer Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich verschwende hier meine Zeit sonst, habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, ich mache es jetzt mal richtig so psychomäßig, gucke mir an, welcher Dozent hat die geilsten Bücher rausgebracht oder kann ich was lernen und dann habe ich nur noch seine Seminare belegt und auch, natürlich muss man auch sagen, geht auch ein bisschen immer nach Sympathie, man kommt ja auch immer nicht auf jeden klar, aber habe mir dann das ein, zwei Jahre nur noch gar nicht mehr auf Noten geguckt, gar nicht mehr auf, ich mache Scheine, geguckt, ich will beenden, ich wollte eine Zeit lang aufhören, also abbrechen, weil ich das so genervt hat alles, weil ich keinen Purpose hatte. Das killt ja auch Purpose, ich muss kurz dazu sagen, das ist sehr, sehr wichtig, für all die Menschen, die sich die ganze Zeit gerade denken, wo fehlt mir Energie, warum habe ich kann, ich muss meine Uni, meine Arbeit, meine Ausbildung, meine Schule durchziehen. Vielleicht killen diese Sachen gerade dann. Was immer, immer, jeden Menschen, das ist auch einer meiner Grundthemen, warum ich ganze Leute nicht leiden kann, die machen aus Motivation und die ganzen Sachen so ein Komplex, es ist sehr, sehr komplex, klar, aber es ist für jeden beherrschbar, es ist wie Angeln, ich kann, das ist ja auch der Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin, weil ich kann Leuten beibringen, wie sie selber fischen können. Sie brauchen nicht meine Fische die ganze Zeit auf dem Markt zu kaufen, sie können es selber lernen. Ich glaube, mein Ansatz ist auch der, dass du nach meinen, du wirst immer, wenn du meine Sachen hörst, wirst du danach schlauer. Weil wenn das nicht der Ansatz ist, kannst, dann bin ich kein guter Coach, dann bin ich kein guter Experte so und darum nerven gerne Experten mich alle, die gehen mir richtig auf den Sack, aber egal. Wo war ich davor? Ja, lass mich das kurz nochmal einordnen, also. Ja, ja, stimmt, ich rede viel. Nö, nö, alles gut, alles gut, wir quatschen ja auch immer durchgehend, deswegen ist es eh alles hier verrückt. Adrien, ich sag das jetzt einfach mal, sagen wir mal, eine schwierige Kindheit gehabt, super krass Mobbing durchlebt, du hast das in deinen Socials und alles kann man googeln und das auch finden und sehen, also ich will das nicht alles, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, ich versuche es nur kurz zu machen. Dann hast du dich irgendwann, Mobbing, super krass Übergewicht hast du gehabt und gar keinen Anschluss gefunden? Nicht, es war weniger das Anschluss, es war weniger, es war mehr das, es gibt ja Mauerblümchen so, es gibt ja Mauerblümchen, die im Hintergrund sind, aber ich war nicht mal einer von denen, ich war sogar von denen ausgegrenzt. Also ich war wirklich komplett, also ich war... Ja, ich meine, die Storys, die du mir erzählt hast, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir Sachen erzählt, da habe ich mir gedacht, wow, Alter, so ein Kind kannte ich nicht mal in meiner Jugend, also von Schläge kassieren, regelmäßig runtergemacht werden von anderen und so, ich muss sagen, ich hatte auch Glück, ich war in einer sehr friedlichen Schule so, aber der Hauptpunkt ist, dass du irgendwann begriffen hast, okay, ich bin mein eigener bester Freund in erster Linie und ich muss mir jetzt selbst helfen, weil ich weiß gar nicht, dann, also kannst du vielleicht sagen, wann es Klick gemacht hat, war das der Kampfsport, du hast dich irgendwie Kampfsport angemeldet oder so? Der erste Punkt war der, also was auch immer das erste war, war nicht der signifikante Punkt, also auf jeden Fall einer der ersten Punkte das wichtigste, klar, aber der signifikante Punkt war, durch das Resultat des ersten Steps, um mein Leben zu richten, das Resultat, was ich gelernt habe, was eine der wichtigsten Message ist, die ich im Leben gelernt habe und jedem empfehlen kann, zu lernen, von jung bis alt, ist, bei wem beschwerst du dich? Das ist eine sehr, sehr diepe Art, man darf jetzt nicht denken, ja, nein, nein, wirklich. Bei wem gibst du die Verantwortung über dein Leben? Alles was wir tun, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, guck mal, so, das fällt runter. Wir haben einen Teppich zum Glück, da. Aber, ah, da ist eine Hülle. An wen, an wen war das, oh, jetzt gerichtet? Ja, ja, klar. An wen? Ja, ja, klar. An wen? An dich selber. Nein, aber ich verstehe genau, worauf es hinausgeht. Jetzt reden wir über Schule, okay? Jetzt reden wir über Schule und das nenne ich sehr gerne Frau Kappes. Das ist so eine kleine Erfindung von mir, ich erfinde oft Sachen so, ich glaube damals die ganzen Leute, die man jetzt auf Wikipedia findet, ich glaube, die haben sowas so im Leben, das sind so Theorien von denen gewesen, die man deswegen so nennt, wie das Parkinson'sche Gesetz zum Beispiel. So, eine Beispiel ist immer das Frau Kappes Prinzip, so, Frau Kappes gibt es nicht, das war ein Frauenname, der im Seminar mal genannt wurde von einem Zuschauer von mir vor ein, zwei Jahren, für ein Beispiel Lehrernamen, so. Da habe ich quasi das Konzept konzipiert. Wir nehmen jetzt Frau Kappes als Beispiel. Wir Menschen denken die ganze Zeit, es gibt ein Lehrerzimmer, ich meine jetzt gerade, ey, Erwachsene, ich meine jetzt gerade nicht die Schüler, Erwachsene auch, jeder, so, denkt instinktiv, wegen diesem falschen Gerechtigkeitssinn, es gibt irgendeinen Ort, wo die Energie hinläuft, wenn ich mich beschwere, boah, der Typ hat gar nicht gute Autotune-Sachen gemacht und der ist Platz 1, boah, der kann nicht mal Dinge brauchen, aber mit wem redest du? Ja, ja. Mit wem, wirklich, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt wird es richtig hart. Mit wem redest du? Wahrscheinlich, du redest ja mit irgendeinem wirklich. Du redest mit irgendeiner Person, nicht, weil, du beschwerst dich, du hoffst aber nur Anklang zu finden, das ist alles Ego, du willst nur Recht haben, du willst sagen, hä, wie kann der Typ denn mit Autotune Platz 1, so. Du sagst das ihm mit der Hoffnung, dass er deine Gedanken füttert. Er sagt dann, ja, Mann, voller Penner, wie kann der so wieder, und jetzt kommt, jetzt haben wir zwei Personen, jetzt frag mal die beiden, um die es geht, nach ihrer Meinung, aus ihrer Perspektive, ganz anderes Mindset, ganz anderes Mindset. Er hat vielleicht einen ganz anderen Grund gehabt, das Album so rauszubringen, er hat vielleicht einen Verlagsstil gehabt, der gesagt hat, bring doch mal schnell einen Song raus, ne, verstehst du, was ich meine? Ich habe letztens noch mit einem Künstler darüber gesprochen gehabt, der Remo hat mir das jetzt sehr gerudelt, der Remo meinte auch, ich habe einen Song gemacht, Alter, ich habe mich da gar nicht so krass reingesteigert, aber Leute haben da Sachen rausgehört, das gefeiert. Das ist oft bei Künstlern ja so, wir sehen ja Bilder. Und das wäre das mit den Parametern, was erkennst du, welche Bookmarks und wie beurteilst du das mit dem, was du bisher im Leben gesehen hast? Aber komm bitte nochmal zu dem Punkt, bevor wir uns da verlieren, wann war für dich der Ausschlag? Ah, genau, genau, der Punkt, an dem ich dann gemerkt habe, oh shit, ich muss was ändern, war, als ich gemerkt habe, es hört dir niemand zu, bedeutet, diese 16, 15, 17 Jahre lang, oder wo ich mir die ganze Zeit einsam, alleine, traurig, weinend, wirklich, da habe ich jeden Tag geheult. Ich war so ein kleiner Fettsack, da habe ich mir meine Manga-Bücher und habe rumgeheult. Ich war so ein Idiot, ich war vollidiot, voll ineffizient, ich bin so dumm, ich war so dumm, ich habe Zeit verloren. Für wen habe ich da geheult? Aber verstehst du, was ich meine? Erst wenn du das checkst, erst wenn du checkst, es hört dir niemand zu, kannst du erst die Kontrolle über dein Leben nehmen. Ja, es ist sehr hart, dieser Moment ist wahrscheinlich super hart. Ich kenne kaum Menschen, die das gecheckt haben, und meistens sind die erfolgreich. Das ist doch ein großer Erfolgstool, dass du nicht Frau Kappes suchst. Frau Kappes, wer hat das gemacht? Wen rufst du? Da kommt die Betroffenheit her. Oder Frau Kappes, das ist nicht fair, was mir hier passiert, können Sie das regeln? Frau Kappes, er kann aber besser rappen als der Rapper, warum ist er nicht auf dem Cover drauf? Verstehst du, was ich meine? Auch ein wirklich Shoutout an alle, die hier, an alle, die immer negativ kommentieren oder so. Bruder, keiner hört sich, keiner liebt sich. Es hört dir keiner zu. Dein Leben wird sich nicht verändern dadurch. Du förderst die Interaktion des Algorithmus in Social Media, du triggerst den Nerv, Dankeschön. Vor allem Dankeschön, du animierst auch noch Fans dann darunter zu kommentieren, den Algorithmus noch mehr zu triggern. Deswegen provozieren auch manche Leute negative Kommentare raus mit Rechtschreibfehlern. Das stimmt, das stimmt. Ja, Clickbait-Sachen, da ist ja vor, dass du ja negative, damit der Algorithmus umgeht. Über Algorithmus und neues Gehirn, Algorithmus KI können wir auch wirklich zwei Sendungen machen. Voll gerne. Haben wir ein gutes Gespräch gehabt schon. Aber vielleicht machen wir auch daraus einmal wöchentlich die beiden Rues. Ich bin am Start. Rues Quadrat. Ich bin am Start. Der Podcast hier. Auf jeden Fall. Nee, sehr interessant. Sag mir. Sorry, sorry. Der Punkt war, als ich gemerkt habe, ich muss selbst die Verantwortung in die Hand nehmen. So, und dann habe ich angefangen zu sagen, ab dem Moment, wo ich nicht mehr auf Frau Kappes höre, weil es Frau Kappes nicht gibt, weil du suchst dir einen Lehrer die ganze Zeit. Und ist dir mal Folgendes aufgefallen? Wenn der eine Frau Kappes Typ, der eine beste Freund, der eine Rapper, nicht da ist, rufst du abends anderen Kollegen an. Wir suchen die ganze Zeit. Nein, nein, wir suchen das. Wir suchen Recht bekommen. Wir suchen Bestätigung. Weil ich kam mir kurz nach diesem Kung-Fu-Fan Damme-Film. Das hätte alles gar keinen Sinn gehabt. Ich habe gedacht, ich muss ein Rückwärtssalto machen. Das ist kein Spaß jetzt. Ich habe mir immer vorgestellt. Ja, man sieht, was die machen und denkt so, Alter, wie soll ich das machen? Ich habe mir Folgendes immer vorgestellt. Ich habe ein Lieder, ich habe 8 Mile gehört, nicht 8 Mile. Doch, 8 Mile, nicht Lose Yourself, 8 Mile. Es gibt auch einen Song, der heißt 8 Mile. Nein, nein, klar. Einer meiner Lieblingssongs. Und den habe ich immer gehört, Lose Yourself natürlich auch, klar, und mir vorgestellt, keine Ahnung warum, ich gehe in die Schule und dieser Typ, der packt mich wieder an, Alter, pack. Und ich habe mir vorgestellt, ich drehe mich zu dem Typen hin, gucke den an, macht dann so ein Salto, treffe mit meinem Fuß seinen Kinn, er geht K.O. Ich mache zwei, diese ganzen Jet Li, Romeo Must Die Filme. Weil, du weißt, die Parameter, die wir damals hatten für Verbuchen, krasser Fighter, war Spagat-Menschen. Heute, Dicker, guck dir mal die gefährlichsten Menschen der Welt an. Die gefährlichsten Menschen der Welt sind Nerds. Die gefährlichsten Menschen der Welt, vor allem Grappler, sind oft Nerds. Das sind Menschen, die haben die Anatomie und die Architektur des Körpers verstanden, haben darauf dann Kampfsport genommen, was viele brachial umgesetzt haben. Ja, guck dir Conor gegen Khabib an. Warum haben alle gedacht, Conor gewinnt oder die sich nicht auskappten? Also, ich muss sagen, ich war einer der wenigen, die dachten, also die wussten, Khabib gewinnt, weil ich das von dir gelernt habe, weil ich da in der Nähe der Sportart bin und dir zuhöre. Das ist doch gezielt, alles gezielt. Aber normalerweise hätte ich doch auch gesagt, ja Conor gewinnt, man, der ist sexy, der ist cool, der läuft so, der fettere Namen. Das war doch gerade voll deep für mich, das hätte ich nicht gedacht. Da siehst du wieder, genau. Du bist halt in deiner Blase, du kennst den Sport, du siehst die Bewegung, du kennst seinen Trainer, du kennst sein Training. Stimmt, 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 stimmt. Das ist klar so. Das Lustige an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, zu sagen, das ist ein ganz geiler Zusatzpunkt. Warum wusste ich besser die Situation zu beurteilen im echten Leben, egal ob es Kampfsport ist oder jetzt eine Situation im Einkaufszentrum oder ein Meeting? Alter, du, weil ich ein paar Parameter mehr im Leben hatte. Erfahrungen, oder? Erfahrungen sind, guck mal, Erfahrungen sind ja aufgesammelte Informationen, Bookmarks und Parameter. Deswegen sage ich ja, wer nicht liest oder sich weiterbildet durch Mentoren, der verpasst was, weil das sind alles schon Informationen gesammelt. Apropos Mentoren, dazu kommen wir gleich noch. Informationen, die wir im Kopf haben, mit denen beurteilen wir Situationen. Bedeutet, wenn ich doch eher der Situation begegnen konnte, wie stufen wir den Kampf ein? Nur weil ich ein paar Parameter mehr hatte, beweist das, auch wenn der Situation ist, war ich irrelevant. Wir können das aber auch auf Frauen beziehen, auf Business beziehen, auf keine Ahnung was. Wenn ich jetzt über die Thematik mehr weiß als du, schwimme ich im besseren Gewässer als der andere. Jetzt geht es um Hobby und Sport, aber stell dir vor, es geht um ein wichtiges Thema. Und jetzt kommen Leute ins Spiel, wie die Leute, die mir 18 Jahre lang gesagt haben, was ich tun soll. Ich habe die ganze Zeit immer einen gesucht, Lehrer, der, 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 der mir sagt, was soll ich tun? Und ich habe dann irgendwann gecheckt, die Natur eines Menschen, guck mal, von Natur aus suchen wir doch immer Autorität. Wir suchen jemanden, der uns führt, jemanden, der uns sagt A, jemanden, der uns sagt B, jemanden, wo wir wissen bis hierhin und nicht weiter. Und wenn uns das nicht gegeben wird, suchen wir das in der Schule. Und jetzt trifft Sprache auf Gesetz der Macht. Wir wiederholen kurz, ich gebe mal kurz auf Gesetz der Macht, das habe ich, glaube ich, eben nicht gesagt. Gesetz der Macht ist eine der größten Manipulationsanfälligkeiten, die wir Menschen haben. Und das ist, dass wir automatisch die Worte eines Menschen, der mächtiger wirkt auf subjektiver Ebene, das reicht auf subjektiver Ebene, dass wenn eine Person auf subjektiver Ebene mächtiger wirkt, wir seinen Worten automatisch mehr Gehör schenken. Beispiel, was jetzt nicht negativ auf die Person zu ziehen ist alleine, es gibt nur das Prinzip dahinter. Es sterben jährlich drei bis viermal mehr Menschen durch ärztliche Fehler, durch Fehler von Ärzten, in OPs und was auch immer, als durch Autounfälle. Natürlich retten die auch hunderte Leben am Tag, darum geht es gerade nicht. Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt ein ähnliches Ding, was mich geschockt hat, woran sterben mehr Menschen an Haie oder an Elefanten? Krass. Wahrscheinlich wegen Touristattraktionen, Elefanten. Elefanten zertreten viel mehr Menschen im Jahr, als Haie angreifen. Das Gute bei dem Beispiel ist, aber das kürzt sich weg, weil das sind zwei Tiere, das heißt man kann dann analytisch wegkürzen. Alles gut, ich will nur sagen, das glaubst man ja so nicht, weil das eine Tier hat eine schlechte Propaganda, es gibt Filme, Haie, Haieangreifen. Stimmt, da kommt das noch dazu. Elefante sind eher so sympathisch. Das sind auch alles so Punkte, wo ich mir überlegt habe, Adrien, willst du jetzt eine Öffentlichkeit oder nicht? Dann kommt dir die ganze Sache auch auf mich zu. Dann kommt dir irgendwann dieser ganze Medienkram, dass irgendwer irgendwas verdreht auf mich zu. Auf der anderen Seite denke ich mir, nein, wenn ich an die Öffentlichkeit gehen sollte, ich werde den Leuten Tools an die Hand geben, selber das beurteilen zu können. Und wenn du richtig krass erfolgreiche Menschen siehst, die über Jahre schon Fame aufgebaut haben, dann sind die ja krassesten immer die, die ihre Fans unter Kontrolle haben, weil die ihre Fans wissen lassen, was die Wahrheit ist. Und die machen dann wieder schönen Gegendruck bei den Sachen. Ja, ich habe nur unser Dings hier verlängert. Unser Aufenthalts hier. Achso, alles cool. Aber das war auf jeden Fall so der bahnbrechende Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wir suchen die ganze Zeit irgendwas, was uns sagt, da oder da lang, aber das bist du. Du bist das. Alles gut. Du bist diese Person. Und da kam der Impuls halt her. Also, du hast dich dann entschieden, okay, hast du dann einfach von alleine gesagt, ey, pass auf, hier ist eine Kampfspotschule, ich gehe da hin. Das erste war, ich wollte nicht mehr verprügelt werden, weil irgendwann hatte ich wirklich Schiss, ich hatte wirklich Angst, ich hatte wirklich irgendwann eine richtig schlimme Angst. Ich meine, das wird nicht nur dir so gehen, ich sage dir so, ich hatte in der Schulzeit auch Mobbing-Erfahrungen und so, aber bei Gott nicht das, was du erlebt hast. Auch durch Krankheit und ich habe jahrelang mit Krücken, bin ich zur Schule, wurde ja Ewigkeiten operiert und immer wieder, ich habe ja so eine bescheuerte Zeit in der Krankenhose. Wie viel Prozent eines Zeitraums war es eigentlich im Krankenhaus? Also, ich habe früher mal gesagt, die Hälfte, aber jetzt bin ich ein bisschen... Aber von deiner Schulzeit, von, sagen wir mal, fünf Jahren warst du wirklich mehr als die Hälfte im Krankenhaus? Also, das kann man so nicht sagen, weil ich war fast jedes Jahr, wo ich operiert und, also während der Schulzeit und jedes Jahr hatte ich, also es geht ja zu Genesung, zu wieder hin und bla. Du hast ja also ein Gefühl, war ich eigentlich die ganze Schulzeit bis auf die Oberstufe, so glaube ich, man, ich kriege das auch nicht mehr so auf die Reihe, aber so bis zur Oberstufe war ich gefühlt jedem Schuljahr irgendwie entweder Nierentestschnitte, Testschnitte, Ausschnitte testen und so oder halt wirklich... Aber es ist ja voll, was ich meine, wenn ich sage, man lebt ein bisschen vorbei, so du verpasst. Ja, ich habe ja auf jeden Fall, kann man sagen, dass ich eine, wie sagt man, eine Jugend verpasst, safe, auf jeden Fall kann man, also, Jugend kann man vielleicht noch nicht mal sagen, vielleicht das davor so ein bisschen. Also anders, was auch immer es war, wir haben mehr Parameter gesammelt als andere, wir haben safe mehr mitgenommen. Also ich habe auf jeden Fall, war ich früher, man, ich war einfach in der Zeit im Krankenhaus, ich habe wochenlang im Krankenhaus gelegen, wo es gerade mal, Mann, der Fernseher hat drei Kanäle empfangen, das war ja normal. Zu der Zeit kam auch irgendwann dann auch Gameboy-Raw, das war das einzige... Das heißt, du hast da wirklich gelebt im Krankenhaus? Ich habe gelebt da, also ich war wochenlang da, teilweise Monate bei den ersten OPs und so, weil die so schwierig waren. Das Ding ist, ich war halt, wenn du heute im Krankenhaus gehst, ja, heute, Ticker, Netflix, mit Freunden WhatsApp, Memes, WhatsApp-Gruppen, Digga, Max, Urlaub. Ganz ehrlich, heute schicken ich mich rein so. Du kannst dich ein bisschen über Edukation arbeiten, du kannst dich beschäftigen mit der Krankheit, die du hast. Ja klar, alles. Mit deiner Zeit, du musst alles hinnehmen, was die Ärzte sagen. Ja, also ich muss sagen, die allermeiste Zeit war es langweilig, als Kind habe ich alle Asterix, Obelix-Bücher, Asterix, Lucky Luke, diese Alben durchgesammelt. Aber dann fing es an mit Lesen und dann habe ich halt alle, was ist was, wer ist wer, Bücher, bla. Dann hat mein Vater mir angefangen, wie gesagt, mein Lehrer hat immer Bücher geschickt und es gab ja wirklich nichts, das klingt jetzt bescheuert. Ich will auch gar nicht so klug klingen, ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit Playstation gespielt, wenn es das gegeben hätte. Aber es gab nur Bücher. Das Medium da war das. Das Medium war Bücher und das Dopamin-Medium war Lucky Luke. Stell dir vor, du hättest jetzt heute, hättest du derzeit ein Handy von heute. Ein Handy von ein paar sechs Jahren hätte gereicht. Mann, wenn ich jetzt nochmal sechs oder fünf, also es fing an meiner Krankheitsgeschichte vier, fünf, da hat man das erste Mal das erfahren, dann Teenager, dann würde ich jetzt nochmal, keine Ahnung, jung im Krankenhaus, mit Handy, ich würde die Zeit gar nicht so, das war gar nicht so schlimm. Ich glaube, du würdest auch gar nicht so diese inneren Ängste haben, wie heute so. Anschluss, ich habe dauernd Freunde verloren, bin ja immer... Stimmt, bei dir war es doch noch so, dass das gar nicht alles sich gelohnt hat, ne? Da kamen ganz andere Parameter raus, warum du eigentlich rangehen solltest, ne? Genau. Das war wirklich krass. Aber Anschluss verloren ist... Boah, es gibt so ein geiles Experiment, das spoilere ich jetzt nicht, das ist in meinem Buch zu lesen. Ich schreibe es gerade... Wann kommt das Buch? Anders. Das Buch kommt offiziell wohl erst im Juni raus. Aber wir geben alles, das im April rauskommt. April, Mai. Also es kommt jetzt bald raus. Ja, ich werde euch auf den Offenen halten, aber gib Gas. Es wird aber nicht das erste Buch sein, es wird mehrere Bücher kommen, aber es wird das erste Buch sein, wo die Basics so sind. Aber das wird, wenn alles nach Plan läuft, in den nächsten Monaten erscheinen. Äh, wenn ich es schaffe. Ich will jetzt nicht falsch versprechen, aber April, Mai müsste es klappen. Wenn du mal überlegst, Dicker, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Krankenhaus wäre, so ein halbes Jahr wegen irgendwas, ne? Natürlich ist das scheiße, du bist gebunden an diesem Raum und so, kannst ein bisschen spazieren. Aber Dicker, du bist ja alleine schon so WhatsApp, Internet, Handy, Laptop, Kopfhörer. Alleine schon Kopfhörer und so abgeschaltet sein, Netflix gucken. Absolut. Du hast dauernd mit den anderen Kranken zu tun, dann kriegen die Besuch. Du kriegst keinen Besuch psychisch als Kind, du hast voll schlimm für mich. Einer der größten, größten Basics, wenn es um das Thema Persönlichkeitswege und Erfolg geht, ist immer diese typische Debatte von, ja, ist doch toll wie es ist, bleib du selbst und bla bla bla. Oh Gott, bleib du selbst, bleib niemals du selbst. Es gibt dich selbst gar nicht. Die Menschen sagen immer, bleib du selbst. Du bist du, du, wer bist du? Guck mal, du kannst jetzt um, guck mal, du stolperst jetzt über den Stuhl, knallst mit dem Knie dagegen, stehst auf, faxt dich ab auf deinem Handy, schreibt deine Ex-Freundin dir. Du bist schon nicht mehr der von vor 17 Minuten, deine ganze Biochemie, verstehst du, die Leute tun so, ja, aber das ist nicht so meine Art. Wer bist denn du, erst mal so? Ich sag immer, bei so Altschülertreffen oder bei so einer Kacke, wenn du dann immer die Leute siehst und da ist eigentlich kein Kompliment, wie der hat sich gar nicht verändert. Boah, das ist kein Kompliment. Das ist überhaupt kein Kompliment, Mann. Die Leute sind auch noch stolz drauf. Ich bin mir selbst, guck mal, warum sage ich das so wichtig ist? Man bleibt sich nur treu, wenn man sich verändert. Guck mal, es ist unmöglich, glücklich zu werden ohne Fortschritt. Es geht nicht. Ohne Vorwärtsgang hast du gar nicht die Dynamik, die Dynamik, dass du Probleme im Leben anders bewältigst, wie wenn du stehen bleibst. Es ist gar nicht unsere Natur. Guck mal, wie dumm überhaupt der Gedanke ist. Vor allem, das hast du eben so schön erklärt gehabt, wo es um Hamsterrad und Dings geht mit dem Ja, was du genannt hattest. Boah, was war das nochmal, wo du nicht sicher warst, was ja richtig ist. Topic mit alle arbeiten jetzt so im Hamsterrad und was jetzt nicht immer schlimm ist, wenn es deinem Purpose dient, Arbeitnehmer zu sein, bitte mach es. Dann wäre es das dümmste selbstständig zu sein. Aber was ist das für ein Purpose? Ja, wenn du bei Hamsterrad arbeiten... Ich bin glücklich. Ja, ich bin zufrieden. Die meisten Menschen wollen zufrieden sagen und sagen glücklich und sagen erfolgreich. Du kannst, guck mal, unser Code, unsere Natur, unsere Genetik und das, was uns ausmacht, was uns definiert, das sollen eigentlich Krallen sein und das soll eigentlich Fell sein. Wir haben es durch Bewusstsein geschafft, durch sowas weiter zu überleben. Aber wir sind eigentlich ein Haufen Müll. Weil, was die Leute auch nicht checken ist, guck mal, wie dunkel die Welt ist. Unsere Vorfahren haben nichts gesehen. Wir haben nicht Licht überall gehabt, die haben nichts gesehen. Das heißt, in so einer Welt sind wir groß geworden. Ey, lass mich bitte da einhaken und vielleicht ist das jetzt ein zu krasser Themenswitch. Aber ist das der Grund, warum die Leute immer dieses früh aufwachen, früh zur Schule und so? Ist das wegen Dunkelheit und Licht ausnutzen? Was heißt Licht ausnutzen? Dieses ganze Scheiß früh aufstehen. Licht hat ein... Guck mal, anders, anders, anders. Ach du, morgens zur Schule. Anders, guck mal, guck mal. Warum? Wir wissen, glaube ich, beide. Es gibt Momente dafür... Guck mal, es ist nicht das früh aufstehen, was das Problem ist. Es ist das früh aufstehen, wofür? Die Schule oder das, was in negativen Fällen Hamsterrad-Albert ist und in vielen Fällen die Arbeit ist, ist für die Menschen einfach... Die belügen sich selbst. Sie wollen es einfach nicht aussprechen, weil sie sonst an ihrer Entscheidung zweifeln müssten, dass sie den Weg gewählt haben. Oder Schüler, darum tun Schüler mir am meisten leid. Die im Hamsterrad sind fast selber schuld. Also wenn du diesen Weg gehst und sagst, das macht mich glücklich und dann musst du dann Fleisch essen für 1,27. Im Wunder, dass Tiere abgeschlachtet werden und du nicht gesünder wirst. Das ist dein Problem. Aber Schüler wissen es nicht. Die kumulieren. Die sind in einem Alter, wo ihr gilt. Die wissen es nicht. Die nehmen das auf. Ah, okay. Oh, er sagt, ich bin jetzt dumm. Ja, dann kann ich kein Programmierer werden, weil ich Mathe nicht kann. Vielleicht hat der Lehrer einfach einen Monat nicht gefügelt und lässt es an dir raus. Vielleicht siehst du aus wie der Sohn. Wir sind alle menschlich. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt kommt's. Willst du nur sagen, du hast noch nie was mit einer Lehrerin gehabt? So ernsthafte Frage. Du hast schon mal eine Beziehung mit einer Lehrerin. Anders, kennst du jemanden, der schon was mit einer Lehrerin hatte? Ja. Ich auch. Ein paar. Ich kenne so ein paar Freunde, die mit... So. Und wenn du diese Freunde fragen würdest, hey, hast du ein bisschen mal mitbekommen? Du bist ja in ihrem Team, du bist ja mit ihr zu Hause, du bist ja mit ihr zusammen, lebst oder was auch immer. Du bist ja mit einem Lehrer Tag und Nacht unterwegs. Wie urteilt der so ein bisschen? Also er sagt ja manchmal die Wahrheit. Das ist übrigens auch selber mit Polizisten und so weiter. Wenn jemanden kennt, der einen Polizisten kennt, der hört ja auch ganz andere Dinge so. Das ist so krass. Und dann sagt der Lehrer, dann hörst du Sachen raus, ich will jetzt überhaupt keinen Lehrer an den Pranger stellen, deswegen nehme ich jetzt keine detaillierten Beispiele, jeder ist da anders. Und dann hörst du das und denkst dir, Alter, meine Lehrerin hat auch so gedacht, aber ich war so eine kleine Mausi-Baby, Alter. Wie soll ich das denn? Wie soll ich die Pucke machen? Ärzte ist noch schlimmer. Ärzte, wow, wow, wow. Noch schlimmer, Alter. Darum ist ja auch, guck mal, meine Hauptfirma, PHB, also Phoenix Human Prime, dieses Konter gegen das, nicht gegen das System, alles cool, ich will mit dem System was optimieren. Ich will nicht auf Verschwörung irgendwas machen, ist alles egal. Ich jub mich gar nicht. Die drei Kernbereiche von mir, wo ich gesagt habe, ich werde darin Menschen so oft und lang es geht helfen, mit der Wahrheit und dem, was funktioniert, ohne Fachschwachs, ohne Bullshit, ist Bildung, Sport und Gesundheit. Das sind die drei, vor allem Bildung und Gesundheit. Bildung sollte der Kern, das sind die wichtigsten Punkte. Gib einem Menschen Wissen und du tötest seine Angst. Gib einem, wie werde ich selbstbewusster, guck mal, selbstbewusst, dir fehlt Wissen über das Thema. Je mehr Wissen du über das Thema hast, desto selbstbewusster begegnest du der Sache. Du bist bei deinem ersten öffentlichen Gespräch, weil dir Parameter fehlen, unerfahrener als bei deinem sechzehnten. Und Menschen denken sich immer, nee, die Routine muss kommen. Das stimmt nicht ganz. Es hat mit Routine per se nichts zu tun, weil du kannst ja auch routiniert alles falsch machen. Du kannst ja auch routiniert alles falsch machen. Es geht halt um Erfahrungen sammeln, neu werden, wie du sagst, sich entwickeln. Die Sache ist halt die, wenn wir betrachten, wie schwach wir Menschen eigentlich sind. Und dafür ist das Ego zu groß. Menschen muss klar werden, dass wir nichts sind. Wenn Menschen das nicht klar wird, dann war es das, dann ist es vorbei. Menschen sind nichts. Warum? Aus diesem Habitat, aus dem wir entstanden sind, unser Programm gemacht wurde, okay, sind wir noch nicht herausgewachsen. Das sind wir noch nicht herausgewachsen. Es gibt viel zu viele Praxisbeispiele, die zeigen, dass wir in unserem Kopf noch hinterher hängen. Es gibt manchmal diese Lifehack, nicht Lifehack, so Bugs im Leben, wo du siehst, wo du denkst, ey, fährt der Zugrad oder fahr ich? Sachen, wo wir merken, wow. Wo wir merken, okay, wir spielen jetzt Gott. Wenn wir zum Beispiel im Flugzeug fliegen, das ist für mich immer, alter, diese Sicht hätten wir eigentlich nicht haben dürfen. Unsere Augen sind nicht für diese Sicht gemacht. Und jetzt kommt's, was können wir nicht sehen? Die Details. Wer kann Details sehen? Adler. Weil deren Code ist gemacht, aus der Perspektive zu betrachten. Bedeutet, um erfolgreicher und glücklicher zu werden, musst du erst deine Software verstehen. Was brauche ich als Mensch? So, und jetzt gucken wir uns mal die Menschen von früher an. Welcher Mensch von früher? Stichwort Dunkel, Stichwort Scheiße, Stichwort Töten, Stichwort Flucht, Stichwort Einerkopf. Wer ist damals stehen geblieben? Also, das gibt es seit 170 Jahren, Hamsterradgedanke. 9 to 5 Job zum Beispiel, kam durch Ford. Das war ein Lebensdeal, das war ein Deal aufs Leben, das wissen viele Menschen gar nicht. Der Deal war der, ich will jetzt nichts Falsches sagen mit dem Firma, vielleicht war es nicht Ford, aber irgendwie sowas. Der Deal war, gib uns die erste Hälfte deines Lebens, wir geben dir die zweite Hälfte. Wir zahlen deine zweite Hälfte, Rente, und du gibst die erste Hälfte 70, 80 Prozent deiner Zeit. Heute bewerben sich Menschen dafür. Das ist crazy. Für Firmen, für Corporates und Arbeitsprozesse, die in der Praxis mittlerweile ein zweiköpfiges Team, könnte ein 800-köpfiges Team mit ihren langsamen Prozessen absolut krass, komplett substituieren. Darum wird sich auch dank Digitalisierung, weil Digitalisierung ist nichts anderes als, wie durch Sprache und so weiter, Informationsaustausch. Nur auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wir sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben und wachsen ganz anders. Aber wenn ich dann Menschen sehe, die sagen so, nö, es ist gut, so wie es ist, denke ich mir, Bro, viel Spaß. Wenn du stehen bleibst, du hast einen Pakt mit dem Teufel unterschiedlich. Ja, es ist ja auch eine Energiegeschichte. Also du weißt ja, der Mensch will ja immer den Weg des einfachsten Widerstandes, am besten gar kein Widerstand, am besten eine Kuh auf der Weide sein und jemand sagt dir, geh raus, iss, geh wieder rein. Das Ding ist, deswegen sage ich die Leute, die sagen, ey, pass auf, es ist schön, wie es ist und so, die haben keinen Bock, die haben keine Energie oder wollen auch keine Energie aufwenden, um das zu verändern, das verstehe ich schon. Es ist ja ähnlich wie, ich bringe jetzt mal ein hartes Beispiel, wie in der Beziehung Mann-Frau, also meistens sind es ja Frauen, die verprügelt werden von Männern, das ist ja meistens so rum, nicht andersrum, die dann aber, also ich weiß nicht, wie die Statistik aussieht, aber manchmal ist es ja so, dass die Frauen dann trotzdem aus der Beziehung nicht rausgehen, weil die mehr Angst haben vor etwas Neuem. Es gibt mehrere Fälle da, es gibt da mehrere Fälle. Da habe ich sehr, sehr viele Fälle schon gehabt als Coach, also viele wissen es nicht, der erste Bereich, den ich angefangen habe, ich war drei, ich mache auch kein Geheimnis draus, so, das Erste, was ein Junge haben möchte nach der Mobbing-Phase, wenn er 17, 18 ist und ein Loser war, sind Frauen. Das Erste, was, weil du sagst, das ist Teil unserer Natur auch, du willst von einer, weil Menschen verstehen auf eine Sache, jeder will das Validitätsgefühl haben, so, und darum habe ich halt, weil ich die ersten drei, vier Jahre halt Beziehungscoach, als ich die ganzen Sachen lernen wollte, bla, 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 und da habe ich sehr, sehr viele interessante Dinge über Frauen und Mann gelernt und gesehen, dass Erfolg, die in jeder Hinsicht gar nichts bringt, wenn du das andere Geschlecht nicht checkst, so, du musst auch wissen, wie tickst du, wie tickst du das andere Geschlecht. Frauen sind aufgrund der Evolution und aufgrund der Geschichte der Frauen Meister und Genies in Diplomatie und Strategie, okay, es ist immer Diplomatie, Strategie, warum? Frauen sind Experten der Kommunikation durch Vocal Tonality, also durch Körpersprache, durch Mimik und durch Sprache. Die Frauen können mit ihren Worten Männer ausschalten, können Kriege anrichten und so weiter und so fort. Warum? Ne, das ist auch gut, das ist auch gut. Warum? Weil wir Menschen, Männer, haben vor 50.000 Jahren diese Attribute mehr bekommen. Anatomisch im Grundmuster sind wir körperlich anatomisch stärker. So, hier sind aber aufgrund der Tatsache, dass Männer darin stärker wurden, so zu sein, weil Frauen haben sich gedacht, warum sollen wir auf der Ebene uns anlegen, Alter, das hat gar keinen Sinn. Wie können wir die aber umtricksen? So, so haben Frauen über die Jahre gelernt, wie sie bewusst durch Worte und Verhalten lenken können, was ich gerade nicht schlimm meine, was ich überhaupt nicht negativ meine. Das heißt, sie können, und jeder kennt das, es gibt Frauen, die können mit einem Satz einen Schaden anrichten, der irreparabel ist bei einem Mann. Du siehst einen 2,10 Meter Mann auf einmal einknicken wegen einem Satz einer so großen Frau. So, wobei Männer sich dann denken, warum sind Frauen so kompliziert? Frauen hatten nicht die Instrumente wie wir Männer. Frauen, Männer konnten oder können, weil ich auch immer sagen, fertig. Frauen hatten diese Gabe nicht, darum mussten die andere Wege wehnen und sind deswegen auch oft schlauer. Ja, es geht um gegensätzliche Manipulationen in der Beziehung die ganze Zeit. Ich würde sagen, was ich gerade sagen wollte, ist, Frauen haben, also, oder Menschen aus den Beziehungen, aus so toxischen Beziehungen haben oft, ich muss sagen, es ging mir auch so schon, dass ich Angst hatte oder dass ich keinen Bock hatte, die Beziehung zu beenden, weil ich hatte keinen Bock, Energie aufzubringen, um was Neues zu finden. Bin lieber da drin geblieben und das wollte ich eigentlich auf Beruf rüberbringen. Ja, Konsistenzprinzip. Konsistenzprinzip, ganz genau. Ey, wir haben schon 300 Millionen in diese Brücke investiert, wir müssen das noch zu Ende bringen. Ey, bring das durch. Berliner Flughafen, dieses, ey, wir haben hier schon 100.000 Soldaten verloren, die können nicht umsonst gestorben sein, wir müssen das durchziehen. Das ist unglaublich. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch drüber, Konsistenzprinzip im Sinne von, ey, Alter, du könntest, natürlich ist das Risiko, natürlich ist das ein Risiko, das Leben ist nicht easy, aber du musst dich bewegen, sonst bleibst du da drin. Aber die meisten Menschen bleiben halt da drin, weil die halt... Ich stelle einer Person mal folgende Frage, genau, ich stelle einer Person mal folgende Frage, okay? Menschen, die wirklich sagen, nö, es soll alles so sein, wie es jetzt gerade ist und alles soll jetzt toll sein, ich stelle denen eine simple Frage. Was ist denn alles, was gerade ist? Das, was gerade ist, ist zeitlich überhaupt nicht lange präsent. Eine Illusion. Es ist eine absolute Illusion. Komplette Illusion. Das ist nur konsistent, weil dein Vater, deine Mutter es gemacht hat, machst du es als Prinzip weiter. Auch dieses ganze, dass man auch dieses ganze Studium dann Job ist, das ist eine komplette Illusion. Wenn es passt und wirklich, wenn du wirklich nachvollziehen kannst und nicht in dein kleines, junges, unbewusstes Hirn das einpflanzen lässt, die Parameter. Weil sobald du nämlich folgendes tust, es gibt ja Bookmarks, die lernen zu im Leben, die sind echt, die sind Fact. Die solltest du wissen, wenn ich hier runterspringe, verrecke ich wahrscheinlich, das sollte ich wissen. Und wir sind uns alle weltweit einig, es gibt Hard Facts. Und meistens nennen wir Menschen, die diese Hard-Parameter nicht kennen, sagen wir dann, der hat geistige Probleme. Was ja nicht wertengemeint ist, dann hat er wirklich Probleme. Wenn er weiß, nicht darunterspringt. Oder wenn er nicht weiß, dass es nicht gehört, 3000 Menschen zu töten. Oder eine Person anzufassen. Ja, dann sagen wir das mit dem Stimmt. Aber eigentlich sagen wir damit nur den fehlenden Parameter. Beispiel, wenn du über jemanden sprichst, der dement ist, der mit 70 Jahren Lücken hat im Gehirn und Sachen nicht mehr weiß. So, dann ist diese Person, die mit 70 Jahren Lücken hat, seine Version mit 46 oder seine Version mit 25, verstehst du? Er hat mit 37 erst das Gartenhäuschen gesehen und der Parameter hat er verloren. Heißt, an Beispiel eines dementen Menschen umgekehrt gerechnet auf dich, kannst du wissen, wie dumm du jetzt bist, wenn du jetzt nicht weiter Parameter sammelst. Das heißt, wenn du jetzt dem Opa-Typen sagst oder den Opa anguckst und dir denkst, oder dich jetzt als Beispiel nimmst, oder mich, egal wen, und dir vorstellst, wir wären jetzt dement und wir würden auf einmal nicht wissen, ob das mein Handy ist. So, wie schwach bist du auf diesem Planeten, weil dir auf einmal diese Infos fehlen, die du vorher hattest. Jetzt stell dir vor, du siehst nicht, was du nicht siehst. Du bist immer schon ohne den Parameter gewesen, nur dass es vielleicht kein Handy ist, aber das Wissen darum, wie man Geld verdient. Wenn du gar nicht weißt, wie Geld funktioniert, wenn du nicht weißt, wie Liebe funktioniert, wenn du nicht weißt, wie Depression funktioniert, wie willst du dagegen vorgehen? Und wenn du Menschen jetzt geschafft hast, dahin zu bringen, dass die sagen, ich bleibe so, wie ich bin, konsistent, ich mache jetzt einfach weiter. Übrigens, Konsistenzprinzip nachschauen, ganz gefährliche Manipulationsfalle, auch wie gesetzt, der macht. Ja, auch Selbstmanipulation, gar nicht. Aber einfach, wenn du die ganze Zeit weitermachst, was du tust, gewöhnst du dich nicht, du verhärtest falsche Parameter. Das darfst du niemals tun. Das ist ein Konsistenzprinzip, auch sehr interessantes Gewohnheitseffekt. Gewohnheitseffekt ist dieses, ja, der Mann hat mich jetzt dreimal geschlagen, so. Ich habe es mit mir machen lassen, Effekt. Dann kommen Freunde, Familie und sagen, ey Alter, trenn dich von dem hohen Sohn, der schlägt dich die ganze Zeit. Aber du bist da schon so dran gewöhnt, das ist in der Unterwelt ganz krass. Unterwelt, Sanktionen in der Unterwelt, ne, Schläge, Schutz nehmen, dies, das ist ja so, dass man, wenn man mit Leuten aus der Unterwelt redet, dass die das dann noch so manchmal auch, ja, aber ich verstehe auch, ich habe den auch genervt, deswegen hat er mir eine gehauen. Oder wenn Frauen versuchen, dann, ja, aber guck mal, ich bin dann auch auf den Sack gegangen, deswegen hat er mich gehauen, dass ich verstehe das und diese Sanktionen. Das ist Gewohnheitseffekt. Oder wenn du halt so Sachen, also Dinge normal findest, das ist ja auch nicht nur in der Unterwelt, wahrscheinlich ist das überall so, in Firmen, wo der Chef, keine Ahnung, die Frauen immer so sexuell belästigt, indem er immer so, hey, Schatzi und so macht. Ja, da kommen wir auch wieder Worte und Bedeutung. Ganz genau. Sexuelles Mobbing in Firmen, wo, und jetzt kommen wir auch zum Problem Jura und Gesetze, warum Gesetze immer Probleme bringen, weil die auf Worte sich verlassen. Ja, ja. Du brauchst Leute, die Frames checken, das ist unfassbar unmöglich. Wenn du jetzt die Worte, guck mal, wenn jetzt eine Person in einer Firma ist, eine Frau, süße Mausi Baby, ist jetzt 22 Jahre alt, hat irgendwas, FOM studiert, ich weiß gerade nicht, ist da in der Position, will ihren Job machen und jetzt ist da ein Chef, dessen Worte richtig sind, juristisch sauber, dessen Frame aber nicht sauber ist. Ja, aber der Frame nicht sauber ist. Darum müssen Menschen Frame verstehen. Wenn jetzt der zum Beispiel sagt, deine Präsentation gestern Abend hat mir gut gefallen, hättest du ruhig ein paar Sachen mehr schicken können dazu. Ganz genau. Verstehst du? Sie, Gesetz der Macht, hat jetzt jemanden vor sich, der ist jetzt ein 50, 60 Jahre alter, erfolgreicher Mann. Ja, der ist vor allem der Chef. Er ist der, über den der Professor vor drei Jahren in der Vorlesung gesprochen hat, als der meinte, wenn du die Klausur jetzt gut schreibst, dann wirst du bei dem arbeiten können. Das heißt, aufgrund der ganzen Informationen, die du hast, darfst du den nicht nur nicht anzweifeln, du tust es erst gar nicht. Es ist ein toter Winkel. Automatisch vertraust du ihm mehr und denkst dir, hätte ich mehr aus mir rauskommen sollen, hätte ich mehr aus das. Du zweifelst dann an dir. Obwohl die Person seine Worte aufgrund der Machtposition instrumentalisiert hat. Jetzt kommen Worte bei dir an, dass ein Frame an das ist. Dann sagt die Person, oh, leider haben sie mir gestern die Mail ein bisschen zu spät geschickt. Herr Dings, sie haben mir doch gesagt, ich kann das nicht noch an Lauf. Ja, ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns noch mal ein bisschen und der will auf Privates hinaus. Das ist ein ganz, ganz plastisches Beispiel. Der will jetzt auf was Privates hinaus. Sie denkt sich aber, Herr Dings, sie haben doch seine Arbeit gestern auch angenommen und warum haben sie jetzt bei mir gesagt, ich darf bis 17 Uhr schicken und jetzt schicke ich Ihnen das doch um 17 Uhr wie besprochen und Sie sind dann abgefuckt. Ja, aber ich habe Ihnen gestern gesagt, schreiben Sie noch mal ein bisschen, was haben Sie nicht gemacht. Schicken Sie mir doch mal eine Freundlichkeit abends. Schicken Sie mal eine Freundlichkeit. Könnte juristisch auch gemeint sein, dass er meinte, verstehst du, was ich meine? Die Menschen, und jetzt, wir anfangen über Polizisten zu reden. Polizisten. Ihr müsst gar nicht ins Röhrchen pusten die ganze Zeit. Fragt immer den Polizisten. Ich meine das gerade nicht böse, ich trainiere viele Polizisten, ich mag auch viele Polizisten. Ich mag aber keine Polizisten, die ihre Macht missbrauchen und das instrumentalisieren. Da stehe ich gar nicht drauf. Da stehe ich gar nicht drauf. Weil das ist nicht korrekt. Die Menschen vertrauen dir automatisch aufgrund der Tatsache mehr, weil du eine Uniform trägst. Lass uns auf jeden Fall noch mal zusammenkommen. Ich denke, wie gesagt, Freunde, lass uns in den Kommentaren zu den einzelnen Themen quatschen. Ich denke, das ist so ein bisschen auch eine Vorstellungsgeschichte hier das erste Mal auf meinem Kanal. Adrian, und wir werden auf jeden Fall noch eine zweite machen, wo wir vielleicht ein bisschen sortierter auch quatschen. Das erste Mal, ich quatsche schon seit Jahren so durchgehend. Und auf einmal ist so eine Kamera da, wenn mich juckt das gar nicht, ich baller weiter so. Ja, ja, aber cool, aber cool, auf jeden Fall. Vielleicht, lass uns zum Ende vielleicht, ich überlege gerade, welche Sache ich dich fragen kann. Mentor irgendwas? Ja, genau, also das fand ich auch sehr interessant. Das fand ich auch sehr interessant. Ich wollte auch noch mal auf das Fleisch essen, vegan, aber sollen wir dazu ein eigenes Fleisch machen? Wir machen dazu mal nächstes Mal ein Thema, weil wir beide sind zu den Vegetariern gegangen oder Flex. Wie sagst du? Also anders, also ich esse nur Fleisch, also selten und nur dann Fleisch, wenn es wirklich vom Naturverbund ist oder Naturfleisch ist und ja. Sehr interessant, also ich bin mir auch sicher, wenn ich ein bisschen was dazu erzähle, ich glaube, straight werden Leute offen, Fleisch zu essen. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Weniger. Glaubt mir, ist doch voll leicht, voll chillig. Ich muss auch sagen, auch Aria hat mir gestern, vorgestern, waren wir Foden, dann esse ich, ich sag so, aber ich esse kein Fleisch. Dann sagt sie so, boah, krass, ey, wie und du auch und ich auch. So ein Mini-Glücksmoment. Ey, fünf, nee, sechs Tage, bevor diese Doku rauskam, wurde ich Vegetarier. Ja, ja. So, hey, wo kommt, oder Flexitarier oder was auch. Oder Pesketarier, weil guten Fisch esse ich. Okay, also gut, also das ist auf jeden Fall eine eigene Folge. Ich glaube, das Thema ist zu lang, lass mal Mentoren bleiben. Aber lass mich dir, genau, pass auf, das Ding ist halt, sehr interessant bei dir ist halt, du hast dich selbst irgendwie aus der Scheiße ein bisschen rausgezogen und hast dann sehr, sehr viele Jahre im Eigenstudium gelernt und hast das dann angefangen in Seminaren, erst in kleinen Gruppen. Jetzt ja unglaublich große, bist du ja auch bekannt und gibt es ja vielen Leuten. Das weiter, was du gelernt hast, Tools an die Hand, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen oder einfach auch Leute, die nicht in der Scheiße sind, sondern einfach. Optimieren, also menschliche Optimierung, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Ob Business oder ob einfach Persönlichkeitsentwicklung und ja, was ich sagen wollte ist, immer, oft, immer, immer, immer wieder sagen die Leute, ey, du musst dir einen Mentor suchen, Alter. Du brauchst geile Mentoren im Leben und so, ja. Meine Mentoren, das weiß ich ganz genau, abgesehen von meinem Vater, zu dem ich immer sehr aufgeschaut habe, von dem ich sehr viel gelernt habe, waren Bücher, kann ich heute auf jeden Fall sagen. Ich glaube, bei dir war das auch so. Wie macht man das heute aber, wenn man jetzt sagt, ey, pass auf, ich würde auch ein bisschen was gerne lernen in dem Thema, bei dem Thema, Bücher, klar, man kann Bücherlisten teilen, wir können auch mal eine Liste an Büchern schreiben, die wir lesen oder so, aber wie findet man denn so einen coolen Mentor? Das Thema Mentor ist relativ, ist ein schwieriges Thema, weil ich hatte ja auch keinen, theoretisch. Trotzdem weiß ich, wie wichtig Mentoren sind. Wir müssen das erstmal kurz zusammenfassen, warum brauchen wir einen Mentor oder was gibt uns einen Mentor? Also ein Mentor gibt uns Sicherheit da, wo wir Unsicherheit haben. Bedeutet, wir brauchen für diesen Weg, den wir gerade fahren, ein bisschen extra Boost. Soll ich links, soll ich rechts, soll ich vorne abbiegen? Hey, kurze Frage. Bedeutet, wir brauchen Mentoren deswegen, um Wissenslücken zu füllen, aber die Qualität von dem Wissen ist von großer Bedeutung. Bedeutet, meiner Meinung nach ist das Problem entstanden, dass wir überhaupt erst Probleme haben, weil wir sehr viele falsche Mentoren im Leben oder Institutionen im Leben haben, die uns falsche Parameter gegeben haben, die im echten Leben gar nicht greifen, wo wir immer noch eine Möglichkeit suchen, dass das funktioniert. So, bedeutet, wir suchen Informationen, die adäquat sind, um unseren jetzigen Zustand zu optimieren. Das ist ein Mentor. Das kann ein Mentor geben. Diese Informationen, die Art, wie du die Informationen konsumierst, ob durch ein Buch, ob durch eine Person, ob durch ein Video, ob durch ein Gespräch, ob durch Beobachtung, ist fast irrelevant. Man darf nur nicht vergessen, je schwieriger die Informationen zu extrahieren sind, desto mehr Disziplin brauchst du oder Informationen brauchst du darüber, wie man Informationen extrahiert. Ich bin zum Beispiel mittlerweile Gott sei Dank schon so weit, das kannst du, glaube ich, auch ganz gut, das habe ich oft beobachtet, ich lerne auch aus Gesprächen mit Leuten wie ich früher, Leuten, die noch Parameter fehlen. Meiner Meinung nach ist das nicht Werten, wenn jemand doof ist, dem fehlen einfach Informationen. Wenn ich mit jemandem rede, der gar keine Ahnung hat und Fehler macht. Ich weiß, was du meinst, ich kenne das. Dann ziehe ich trotzdem Wissen draus. Man kann trotzdem Wissen draus ziehen. Bei mir ist es so, ich verstehe, worauf du hinaus willst, wenn ich jemanden treffe, der gerade zum Beispiel anfängt mit Rappen und vielleicht einen Plattenvertrag ihm winkt oder so und der mir dann Fragen stellt, anhand der Art und Weise, wie er fragt, merke ich, wo ich da war und denke so, krass, habe ich das die ganze Welt falsch gesehen. Man denkt einmal, das ist ja dieses Höhlengleichnis. Man hat nur scheiß Schatten gesehen. Man braucht Kontraste. Das heißt, wenn du einen Mentor suchst, die Menschen versuchen oft, im Mentor alles zu finden. Die krassesten Menschen auf der Welt, die von ihrem krassen Mentor sprechen, sprechen von ihrem Mentor wie so eine Art Zug, wie bei so einem Skilift. Der hat die gezogen, aber es war nicht der Leben, sein Vater, er selbst. Da habe ich auch das Gefühl, die Leute suchen wie so einen Karatelehrer. Voll, das ist nicht so. Das ist aber leider nicht so. Ich habe eine ganze Menge von Leuten, wo ich immer wieder was lerne und da gucke. Und es müssen nicht Ältere sein, Jüngere sein. Es ist eigentlich vollkommen egal. Es geht nur um die Mann. Ganz ehrlich, man kann ein Gespräch mit einem Anwalt Mentoring sein. Weil er einfach irgendwas sagt. Oder was ich am meisten mag, am meisten liebe, ist, du hast nur einen Parameter im Leben gelernt. Der Dieb ist so Legend-Parameter. Du musst dir vorstellen wie so ein Spiel. Du sammelst Wissen im Leben. Keiner weiß, wie viel Wissen es gibt. Das ist nicht wie Bitcoins begrenzt. Du weißt, wie viel Wissen es gibt. Nächste Woche lerne ich von deinem Vater vielleicht noch irgendwas, wo ich denke, Dicker. Kennst du diese Aha-Momente im Leben? Dann lernst du etwas Krasses. Das ist immer Kalibri. Alle deine Parameter werden unstrukturiert. Und du siehst alles anders. Das ist wie Game of Thrones. Wenn neue Staffel kommt, du siehst alles anders. Womit spielen denn Filme? Boah, das ist deep shit, man. Filme tun nichts anderes als diese Buchstaben und Kommunikationsmethoden. Weil Filme sind nicht mehr menschlich. Filme haben visuelle Lichter. Filme haben ganz andere Instrumente, um zu kommunizieren. Plus, die greifen auch auf Urinstinkte an. Ein Bass-Sound und so weiter. Das ist Urinstinkt. Die spielen mit diesen Gefühlen und erzählen dir eine Geschichte, aber lassen ein Parameter weg. Und das ist immer ein Thriller. Du denkst dir die ganze Zeit, wie kann das sein? Du spielst mit, aber eine Info fehlt dir. Und am Ende gebe ich dir die eine Info und du kannst den Film nie wieder wieder vorgucken. Du wirst immer alles gecheckt haben. Und jetzt stell dir vor, das ist das Leben. Das Leben ist, wenn du eine Sache lernst. Und darum sind Mentoren wichtig. Wenn du eine Sache lernst, siehst du ein und dieselbe Welt ganz anders. Also wie kannst du du selbst bleiben? Weil du bist dann du im Besser. Ja, also wenn du du selbst die ganze Zeit, also du selbst auch Biene. Voll scheiße. Aber was ich sagen will, was ich sagen wollte ist, was ich sagen wollte ist gerade, kennst du diese krassen Aha-Momente, wo du alle Parameter nochmal hinterfragst oder zumindest einige. Aber bei diesen kriege ich manchmal so einen Moment von Angst auch, weil ich mir so überwältigt fühle und denke so, hey Alter, ich check gar nichts. So, weißt du, dann wie viele Aha-Momente kommen noch, ey. Wie viel, wie oft werde ich noch denken? Jetzt kommt ein Riesenpunkt ins Spiel. Wenn du jetzt kommst, ab dem Moment, wo das anfängt, kommt Handlung ins Spiel. Weil egal wie viel du weißt oder wissen willst und so weiter und so fort. Es gibt doch Theoriestau. Es gibt doch Überladenwerden. Das, was wir Menschen hassen ist, etwas zu tun, was wir nicht nachvollziehen. Darum ist auch Purpose oder Leidenschaft und alle Musiker zum Beispiel gehen ihrer Berufung nach. Darum sind die auch so free, darum sind die auch so achtsam, während sie tun, was sie tun. Weil sie ihrer inneren Stimme folgen. Aber nichts hasst einen Mensch mehr. Und Deutschland ist zum Beispiel voll dieser, liegt nicht in Deutschland jetzt, aber Deutschland ist voll davon. Von Menschen, deren inneres Feuer nicht so brennt, wie deren Leben jeden Tag. Das heißt, wenn du Schule hast jeden Tag. Die meisten Menschen haben immer noch Schule. Sie tun jeden Tag das, was sie eigentlich nicht machen wollen, wenn sie es entscheiden könnten, wenn sie es switchen könnten. Bedeutet, je länger du im Leben Momente sammelst, wo du etwas tust, was du nicht nachvollziehst und nicht tun willst, desto eher gehst du Richtung Trist, Richtung Trauer, Richtung Verklemmt, Richtung Bla. Weil du hast keinen Lebenssinn mehr. Darum ist es, es geht gar nicht um Geld. Das Purpose auch noch Geld bringt, weil du dann nicht mehr in diesem gedeckelten Finanzsystem gefangen bist. Ist ja eine wunderschöne Nebensache. Aber das ist nur eine reelle Bestätigung, dass Leute für deine eigentlichen Dinge mehr bezahlen wollen, als für irgendwas Geklautes oder für irgendwas im Hamsterrad. Aber wenn du einmal verstehst, dass du jeder, du kannst jederzeit Wissen ziehen von allem und jedem. Du kannst von allem wissen und sagst, du musst ja nicht eklig werden wie so ein Ding. Du musst vor allem, was ich finde, also was ich als Schlüssel sehe, du musst auf jeden Fall einfach Fragen stellen. Ich frage, wie bescheuert. Ich frage, wie bescheuert. Warum ist das, 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 wie behindert. Ich sammle Parameter. Weil irgendwo kann, guck mal, du weißt ja gar nicht, wie dein Gehirn die Information nutzt. Bei mir in meinem Kampfsport als Beispiel, okay. Das habe ich letztes Mal noch meinen Kampfsportschülern erklärt gehabt. Wir sind in einer Kampfsituation, okay. Und ich greife, wir sind in der Guard und ich greife jetzt den Triangle an. Pap, Triangle Choke, fertig, so. Und mein Schüler ist in derselben Situation, einen Kampf danach und er greift keine Triangle an. Und einer schreit daneben Triangle, 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 so. Er denkt sich, ey, er hat doch eben die Triangle gemacht. Oder jetzt einer meiner anderen Trainer von mir hat jetzt doch eben die Triangle gemacht. Warum kann ich das nicht? So, das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist der, in einem und demselben Raum, in einem und derselben Guard, in einem und derselben Kampfsituation, habe ich da eine Triangle gesehen, wo du keine gesehen hast. Das heißt, wir gucken beide nicht in einen und denselben Raum. Du siehst hier gerade Dinge, die kenne ich gar nicht. Wer versteckst du da hinten gerade? Was, du bist nervös, dass keiner das findet? Ich weiß davon gar nichts. Das heißt, wir gucken in einem und denselben Raum anders. Warum? Der eine sieht mehr, der eine sieht weniger. Sichtbar, unsichtbar. Was sehe ich, was sehe ich nicht. Wenn du jetzt nach Berlin gehst und vergleichst mit früher, wo du angefangen hast damit. Für dich ist Berlin, du kennst alle Parameter. Am Anfang, du musstest doch auf Erkundung gehen. Das heißt, man darf Erkundung niemals töten bei Menschen. Ihr dürft euch das selber auch nicht wegnehmen. Erkunden ist eines der wichtigsten Faktoren, was Menschen in unserem, oder vor allem im reiferen, reiferen, reiferen Alter oft immer darstellen als, ich bin immer noch relativ kindig. Nein, du bist Mensch. Also es ist immer unsere Natur gewesen, rumzuspringen. Also Hunde springen auch noch rum mit neun oder zehn Jahren. Weißt du, was ich meine? Es wird halt manchmal, ja genau, es wird halt gesellschaftlich so manchmal anerkannt, in einigen Berufen halt überhaupt nicht mehr. In einigen Berufen. Es ist ja auch so verpönt zu fragen, ne? Fragen ist ja auch so behindert. Warum fragt ihr so viel? Weil ich will doch nicht aufhören. Ja, deswegen am besten ist der beste Trick, ich sag mal, cool, irgendwie relax zu fragen und gar nicht so, versuchen nicht so nervig rüber zu kommen, weil es ist irgendwie verpönt, habe ich das Gefühl. Was cool ist, ist immer so tun, als ob man das eh weiß. Aber da kommst du halt nicht weiter mit dem Leben. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste, guck mal, weißt du, das Schlimmste, anders, was das Schlimmste, Schlimmste ist, auf falsche Parameter hinzu. Sagen wir, wir haben jetzt ein Hauptszenario, okay? Eine Person, die aufgrund von Gesetz der Macht dir etwas erklärt, was du für richtig hältst, diesen Gedanken pflanzt du dir jetzt selber ein, okay? Okay, jetzt hast du den pflanzt, jetzt kommt das Problem, jetzt führst du das immer wieder vor. Das heißt, was haben wir jetzt als nächstes Problem? Konsistenzprinzip. Du machst es immer wieder, das heißt, wenn du es vorher gemacht hast, denkst du, es ist richtig, weil du hast es vorher gemacht. Du hast den Proof. Weil unsere Natur, das checken Menschen nicht. Menschen waren immer schon dumm. Wir haben den ganzen Tag damit verbracht, zu überleben. Das heißt, wir mussten nur aufstehen, das Essen mühselig suchen, was wir dann essen, um es wieder auszuscheiden, um einen Schlafplatz zu suchen, um dann wieder Angst zu haben, um aufzustehen und wieder Essen zu suchen, einen neuen Schlafplatz. Also wir waren die ganze Zeit, also wir sind Meister darin, so doof zu sein, Bewusstsein, so eine krasse Sache. Wir cheaten, wenn du Parameter sammelst, du bist wie Neo in der Matrix. Darum wollte ich auch ein bisschen das Design vom Buch so grün auf schwarz, dass die Leute ein bisschen diesen Film checken. Was aber überhaupt nicht auf Verschwörungsbasis ist, überhaupt nicht so. Aber ich stelle dir eine ganz simple Frage, okay? Eine ganz, ganz, ganz simple Frage. Ist das Leben beständig? Nein. Das Leben ist nur für die eine Person oder für diese Variable beständig, der alle Parameter kennt, der alles weiß. Das können wir Menschen bei weitem nicht. Ich glaube, die Köpfe aller Genies zusammen, wir wissen immer noch, 0,111% ist und 0,001% ist. Bedeutet, wir wissen es nicht so. Das heißt, für uns alle ist die Welt unbeständig. Nennen wir alleine drei Sachen, die aus nichts kamen, womit wir nicht, die uns weg ist, die uns, wow, wo kommt das denn her? Ob es jetzt Digitalisierung, ob es Spotify ist, ob es jetzt Facebook, Instagram ist, so. Aber es gab immer noch irgendeinen Moment vor diesem Moment, wo zum Beispiel Facebook gegründet wurde, dass wenn dein Cousin der Mitbewohner wäre vom Mark Zuckerwerk, wärst du nicht so überrascht. Verstehe? Das ist jetzt ein Parameter mehr. Ja, klar. Da wird das Thema Lobbyismus und Kartelle auch so interessant, weil dann checkt man, dass die Informationen sind und da austauschen die ganze Zeit, die andere nicht sehen. Ja, ja, genau. Warum das so ist, ist sehr interessant. Aber darüber können wir mal richtig einen Deep Talk machen, weil du bist dann auch nicht mehr böse auf die. Dann kommst du nicht mit, oh mein Gott, das System, lass die doch alle in Ruhe. Fall nicht drauf rein und fertig so. Aber genau, was ich sagen wollte war, die Welt ist nicht beständig, wenn wir nicht die Parameter kennen. Und keiner kennt sie. Das heißt, wir leben auf einem Planeten, wo wir nicht wissen, was morgen ist. Ganz, ganz, ganz schlimm dargestellt. Wir kriegen es mit Informationen. Wir sind immer gesetteter, wenn wir finanzielle Freiheit haben oder wenn wir Familie haben oder wenn wir Freunde haben, die Ahnung haben. Aber die Welt ist nicht still. In einer Welt, die nicht still ist, wo sich Sachen ändern, vor allem dank Digitalisierung momentan, so schnell und so rasant in der Dichte wie noch nie. Wie kannst du da gleich bleiben wollen? Wie kannst du dich nicht anpassen wollen? Das ist doch geistig, das ist doch nicht schlau. Das ist doch absolut dumm. Wie kannst du sagen, nö, mir geht es dir super gut wieder, Bro. Dann, puh, good luck, Alter, good luck. Ich meine, vor allem, unsere Welt aktuell, vor allem die westliche, das ändert sich so schnell alles Mögliche, wenn du wirklich nicht mitläufst und dich changest, sozusagen. Es reicht genug mit, Leute dürfen das nicht kompliziert verstehen. Du darfst einfach nicht auf Autopilot schalten. Der menschliche Autopilot ist sehr gefährlich. Der menschliche Autopilot, schrägstrich Comfortzone, schrägstrich, was auch immer, ist so gefährlich. Also nimm die, also jetzt gerade hier, weil wir gerade hier im Office bei Hip-Hop-D sitzen, nimm die Musikindustrie. Ich sag das immer wieder, die Manager, die vor zehn Jahren erfolgreich waren, die, wenn die denn geschlafen haben ein bisschen und sich ausgeruht haben, können heute keine Artists mehr managen. Weißt du, das Game hat sich so drastisch verändert. Voll, deswegen denke ich mir immer, wenn diese ganzen Menschen, die sich beschweren und die ganzen Arbeitsplätze gehen weg und digitalisieren, bist du bespringt doch, ja, jetzt weißt du es, die Jobs kommen weg, kündige deinen Job. Die Leute tun so, als wäre Digitalisierung jetzt schuld. Denn das Einzige, was immer schuld ist, und jetzt kommen wir wieder zu Ursprungstyp-Punkt zurück, warum ich angefangen habe, mein Leben zu retten, ein anderer Mensch wurde. Ursprungspunkt ist der, dass du checken musst, dass du auf nichts wartest. Du wartest auf nichts. Auf was wartest du? Niemand wartet auch auf dich. Frau Kappes, Digitalisierung, hat meinen Job weggenommen. Frau Kappes, mein Mann guckt mich nachts nicht mehr an, obwohl ich abgenommen habe. Frau Kappes, meine Schüler sind voll intelligent, aber du musst das selbst in die Hand nehmen. Du musst, du musst, du musst. Du weißt, das Traurige daran ist, warum Menschen das nicht tun? Das Erste, was passiert, wenn du anfängst, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist, dass andere Menschen, die es nicht tun, so gucken. Und weil das oft deine Liebenden sind, obwohl das... Kennst du das Krabbenprinzip? Nee, nee. Boah, kennst du das? Nein, erzähl. Scheiße. Geil. Boah, ich habe das beigemacht. Ein Prinzip, was du nicht kennst. Man nimmt eine Portion Krabben, tut die alle in einem Topf, die versuchen, also eine Menge Krabben in einem Topf, die versuchen hochzuklettern, rauszuklettern, ja? Okay, okay, okay. Wenn einer es ungefähr geschafft hat, was passiert dann? Die anderen ziehen ihn runter. Die helfen ihm nicht etwa. Wow, das wusste ich nicht. Das ist ein Krabbenprinzip, das sagt man so oft. Das ist ja so, du kennst ja diesen bekannten Spruch, hängst du mit vier Idioten ab, bist du auch ein Idiot. War ein Zitat von mir. Das hast du gepostet, ja. Hängst du mit fünf Leuten ab, die Startups machen dauernd. Kommst du doch auch irgendwann auch in diesen Startup-Ding. Deswegen sage ich auch immer, die Leute checken eine Sache nicht auf. Hängst du ab mit Rappern, irgendwann machst du auch irgendwas mit Rap. Guck mal, wir haben es ja gerade bei Mentoren gehabt. Warum wollen wir Mentoren? Wir wollen Informationen, die die haben, die wir nicht haben, damit wir sicherer durch die Straße fahren. Sicherheit und Selbstbewusstsein und Unruhe wird gesteigert durch Wissen über das Thema. Du bist so, je mehr du weißt. Deswegen, guck mal, guck dir mal alle Schulabgänger an. Die meisten Schulabgänger. Wenn du Richtung 30 gehst, ich habe es früher nicht gecheckt, jetzt wo ich Richtung 30 gehe, so in zwei, drei Jahren werde ich 30 und langsam sehe, wie die jungen Leute aussehen, weil ich war sehr immer der Junge, dann verstehe ich, was man meint mit Milch-Bubis. Das sind Milch-Bubis, aber das ist nicht ihre Schuld. Sie sind 18 Jahre alt, aber sie sind sieben. Verstehst du, was ich meine? Die sind nicht, und jetzt kommt das Traurigste. Ab dann fangen die nicht mal an, sich krass weiterzubilden. Sie bilden sich weiter, Gesetz der Macht mit Zertifikaten und Bachelor und Master auf irgendwas. Aber es ist kein reeller Parameter für das echte Leben. Verstehst du? Ich bringe dich nicht wirklich weiter. Also, was ich sagen wollte, übrigens Krabbeneffekt, habe ich im Prinzip gesagt gerade, weil wir so viel Prinzip hatten. Ich sage auch alle meine Theorien immer falsch. Ja, ja, Krabbeneffekt. Es ist auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn einer sagt, wenn einer aufwacht und sagt, ey, weißt du was, Alter, was mache ich hier den ganzen Tag? Ich will das nicht. Ich hatte das im Biochemiestudium. Ich habe ja zwei, drei Semester Biochemie gemacht. Ich habe Wirtschaft, Chemie, Schutz, ich habe keinen anderen Platz bekommen. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich habe es gemacht, weil ich gut da drin war. Also, so bescheuert. Und irgendwann habe ich gecheckt, wenn man hier fertig ist, was ist dann? Dann arbeitet man im Labor. Und dann habe ich zu mir selbst gesagt, willst du im Labor arbeiten? Also, durchaus auch kann das interessant sein. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich doch der Typ bin, der mehr mit Leuten labern will und machen will und ein bisschen kommunikativ und bla. Und dann aber, also das zu checken und dann aber zu entscheiden, ich breche ab, höre hier auf, dicker, das ist ein Jahr gedauert oder so. Oder ein Semester. Und dann stell dir vor. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Krabbeneffekt so mäßig. Was denkst du, was meine Mitkommilitonen, Kommilitonen, Eltern, Freunde, was sie gerade gesagt haben, kannst du nicht machen. Du musst eine Sache durchziehen, die du anfängst. Eine Sache, die man anfängt muss. Guck mal, dieser Parameter, diese Lehre, wo kommt die her? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja diesen, kennst du das? Ja, ich bin ja so ein Typ, weißt du, wenn ich mal was anfange, weißt du, dann ziehe ich das auch gut. Bescheuerter Parameter, lösch den. Nicht du, aber allgemein. Weißt du, was das für Parameter ist? Höchstens, wenn ich in der Bar eine Frau klären will, das kommt so cool, das kommt so Konsistenz, Türsteher, aber ganz ehrlich, das ist das Blödeste, was ich je gehört habe. Bescheuert. Oder so viele, jetzt guck mal, wie viele alte, verankerte Parameter es noch gibt. Was für alte Parameter es noch gibt. Mein Papa noch, wenn jemand dick gesagt hat, mach Sit-Ups. Wo ich bedenke, oh Shit. Biss auf, was auf den Tisch kommt, diese Parameter. Das sind Parameter, wo ich denke, wow, scheiße, der Arme. Oder wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich will jetzt ein Beispiel finden, was Reelles, weil ich dank meines Umfelds, ich umgebe mich mit Leuten gar nicht mehr zu. Das ist zum Beispiel auch, warum ich so ein Momentum habe. Weil, was ist denn Umfeld? Umfeld, wir wollen ja immer ein Stammgefühl haben. Wir sind es gewohnt, geht nicht ja Code, 50 bis 120 Personen sind so in unserem Stamm, das sind wir gewohnt so. Mehr Gesichter können wir uns auch relativ schwer merken, weil wir sind, wie gesagt, Flugzeugprinzip. Wir sind nicht dafür gemacht, die Welt von da zu sehen und so weiter. Genauso sind wir es gewohnt, in Stämmen zu leben. Bedeutet, gibt unser Stamm uns ein Devalidierungsgefühl, also unser Umfeld, denken wir, es ist falsch. Das heißt aber nicht, wir haben aber hunderte Stämme zur Auswahl, wir können in einem Stamm 100 Stämme haben. Es gibt in der Klasse nochmal 17 Klassen drunter, also in der Schule Klassen, gibt es nochmal 17 Gruppen so. Die Magic-Kartenspieler, die Dingspieler und ich allein in der Ecke. Mehr gab es da nicht. Aber irgendwo sitzen da die Leute, die eine Einheit bilden. Und jetzt, was gefährlich wird, ist, wenn dein Umfeld kombiniert wird mit Gesetz der Macht, durch Eltern, weil Eltern sind auch die Mächtigeren. Das ist ja nicht böse gemeint, weil wenn deinen Eltern Parameter fehlen, und jetzt kommt das Kernproblem. Wenn deinen Eltern Parameter fehlen, wie du im Leben leben solltest, weil diese das von oben falsch beigebracht haben bekommen und sie im Leben dann merken, oh, es ist vielleicht doch kein richtiger Parameter. Wer sagt, dass die ihr Ego ausschalten können und die das richtig weitergeben und sagen können, ey Schatz, mach lieber doch so, hat man mir nichts gemacht. Ja, oder vor allem auch ein Riesenproblem, wenn Eltern miteinander oder mit den Großeltern des jeweiligen Partner konkurrieren, was das Kind werden soll und dann aus Ego nicht sagen können, eigentlich hasse meine Schwiegermutter, aber eigentlich hat die Recht. Das sagen die auch mit 70, das sagen die zu spät, das sagen die, nachdem ich es meinen Kindern dann auch falsch beigebracht habe. Ja, genau, also weißt du so, ey, vielleicht hat die Recht, vielleicht sollten wir das Kind zum Mathe schicken. Das wollte ich dir gerade sagen mit das Schlimmste, wenn Gesetz der Macht auf Sprache trifft, weil Sprache trifft und jetzt kommt und du falsche Parameter hast. Falsche heißt, du bist verbogen auf der Welt, du machst Sachen, die auf einer echten Welt kein Ergebnis bringen, weil Ergebnis ist das Ziel von allem. Es muss ja ein Ergebnis bringen. Der schlimmste Effekt, der schlimmste Haarspray, der schlimmste Schleim, um falsche Parameter drin zu halten, ist Ego. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Ego komplett weg sollte. Eine ganz kleine Prise Ego ist meiner Meinung nach ganz dezent aufwings nicht falsch. Er hält uns auch am Leben, glaube ich, oder? Ich glaube, du und mich wären beide nicht da, wo wir sind, wenn wir kein Ego hätten. Ja. Verstehst du, was ich meine? Safe. Und ich glaube, ein bisschen so. Ein bisschen Psycho gehört dazu. Ich glaube aber auch, dass wir safe voll viel gelitten haben, auch nur wegen unserem Ego. Darum bin ich froh, dass wir da Kontrolle zu haben. Safe, safe. Ich glaube, Leiden, ich glaube, Ego ist ein riesiges Leben. Jetzt sind wir zum Thema mit Schule. Deswegen mit Parametern, wenn jemand sagt, boah, aber ich hätte trotzdem viel darauf mitnehmen können. Diese 7 von 35.000 Punkten, die du gelernt hast, hättest du nach der Uni einfach kurz ein YouTube-Video oder von deinem Chef eingelernt bekommen. Ja, ich glaube aber, das ist auch eine, wie nennt man diesen Fehler, den man aus der Rückschau Kausalität zusammenbringt. Ja, 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 reziproke Ergebnis. Das ist total, äh, reziproke, sorry. Nicht reziproke. Dass du einfach Kausalitäten... Erfolg ist rückwärts betrachtet immer leicht. Ja, oder einfach die Schulsystem, weil du deine Freundin hattest, beste Freunde hattest in der Pauseschule, weil du insgesamt Spaß hattest. Genau, die Leute checken, das ist gar nicht der Schule. Meine Schulzeit war toll, die wäre tausendmal toller, wenn du, jetzt kommst, wenn du lernen würdest in der Schule, was ist Körperkunde, wie ist mein Körper, wenn ich so sitze, sollte ich wieder so sitzen, weil ich sonst hier Körperschmeißen bla 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 kriegen sollte. Wie sitze ich, was esse ich da? All die Menschen, die sagen, oh, ich kann nicht auf Fleisch verzichten, du isst da kein Fleisch. Das, was du isst, ist gar kein Fleisch, aber darüber reden wir mal andersmal. Ja. Oder, weil die Leute, die Leute, das ist auch falsches Selbstbewusstsein, die denken, die haben recht. Wir haben halt, das ist doch wie mit Freundin Schluss haben und dann in der Rückschau sagen, das war eigentlich gar nicht so schlecht und ich vermisse sie. Allein, was da passiert. Wenn du es aber aufschreiben würdest, wie oft du dich gestritten hattest, dann erinnerst du dich auch. Warum haben wir das so ganz nicht in der Schule gelernt? Was? Ein Thema, was jedem Schüler begegnen wird. Schwarz, weiß, religiös, nicht religiös. Jeder Mensch wird irgendwann mal auf Frau oder Mann treffen. Warum gibt's nicht? Haben wir nicht gelernt. Und jetzt kommt, guck dir doch mal nicht böse, sorry, aber sind die Lehrer Beziehungsexperten, wenn man, wer von diesen Lehrern da vorne wird zu sagen, also ich kann als Mann nachvollziehen oder als Frau, warum man den attraktiv findet. Darum sage ich auch immer wieder, das größte Problem am Bildungssystem ist, wir haben zu viele Lehrer und keine Mentoren. Wir brauchen Mentoren, wo Leute zuhören wollen, wo Leute sagen wollen, boah, der soll mal weiter erzählen und boah, ich will, und jetzt kommt das Thema früh aufstehen. Wir können früh aufstehen, weil wir wissen warum. Das heißt, das Problem, guck mal wie dumm allein diese These ist. Wir sollten darüber diskutieren, ob zu früh das Aufstehen nicht vielleicht die Lernfähigkeiten der Schüler beeinträchtigt. Wow. Erstmal ist die Schule per se der Punkt, warum es überhaupt das Frühaufsehen so schwierig macht. Weil die Schüler wissen nicht, wofür die aufstehen, die wollen auch nicht aufstehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind früher immer früh aufgestanden, weil wir wussten, keine Ahnung, wir kriegen die Basketballhalle früher, da ich bin, Bruder, ich bin rausgesprungen aus dem Fenster. Genau, es ist nicht das Frühaufstehen. Nein, es ist Mathe nach. Guck mal, du bist doch der Experte, nicht schlafen. Du schläfst doch nie. Guck mal, wie viel Energie du aufbringst. Du bist faktisch der Beweis, dass alle Thesen, die in irgendeiner Weise davon sprechen, dass der Punkt woanders liegt als in der Schule per se. Du bist der lebende Beweis, dass Energie und Motivation mit der Sache zu tun hat und nicht mit dem Schlaf davor. Verstehst du, was ich meine? Was ist deine Message im Leben? Und wann haben Leute mehr Message als im jungen Alter, wo die im Leben gerade das Leben entdecken wollen? Wir haben entdecken wollende Kinder und Leute, die mehr wollen und pack, man macht das Ding zu. Die werden erstickt und jetzt kommt's. Dann wollen die ausbrechen. Mama, Papa sagen nein. Aber warum sagen Mama, Papa nein? Das ist ja auch wieder Gesetz, der Macht wird. Aus ihrer Erfahrung. Aus ihrer und, 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 die Lehrer. Vor allem die Lehrer, die sind ja die Mächtigeren auch für die Eltern. Das heißt, die Eltern fühlen sich ja als Eltern nicht valide, wenn die Lehrer nicht sagen ja oder nein. Und das soll nicht gegen alle Lehrer gehen. Wie gesagt, der Grund, das wissen auch viele nicht, das Schulvideo ist aus einem Impuls heraus entstanden. Das war so ein Livestream-Ding, darum habe ich ja die Laptop geguckt. Weil ich mit vielen Lehrern und Direktoren im Gespräch bin und mich abfacke, dass sowas läuft. Das ist ja nicht so, als hätten die Lehrer das erfunden. Aber ey, wenn ich mittlerweile höre, warum Leute Lehrer werden, Mann. Ein Grund, warum ich kein Kind kriegen möchte, was das Thema angeht, ist, ich will die nicht auf die Schule schicken. Ey. Das ist schwierig. Ey. Mein Gott, mein armes Kind, Mann. Mein armes Kind. Ich muss, ich kann planen, welches Land ich ziehen soll. Oder ich kann das Kind ja nicht allein da lassen. Ich kann wegen der Schule kein Kind kriegen, Mann. Nicht nur aus dem Grund würde ich kein Kind kriegen momentan, aber ja. Aus vielen Gründen Adrian Roosbeer am Start. Ich verlinke seine Socials. Wir sehen uns im Auto. Ich glaube, wir haben kein Thema beendet, ne? Ja, wir haben heute wirklich, wie nennt man das, dieses, ähm, ähm, Assoziationsketten-mäßiger Talk auf jeden Fall. Wir haben so alle Themen so angefasst und gar keins beendet. Einfach mal. Aber das ist geil, so Cliffhanger. Cliffhangers für die nächsten Folgen versuchen wir, vielleicht, also wir müssen eine Folge zu einem richtig geilen Thema machen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich glaube, es klappt nicht. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich, es ist halt, äh, viel Spannung am Start. Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sind hier auf Bruce World. Abonniert meinen Kanal, die Stars Ananas. Wir sehen uns im Outro. Da werde ich euch noch was quatschen und, ähm, und, ähm, genau, dann hören wir uns nochmal. Ich liebe eure Nasen. Danke auf jeden Fall, dass du hier warst, Adrian. Danke dir. Wir haben uns da lange nicht gesehen und, ähm, dann sehen wir uns nachher nochmal. Ciao. Bis später. Ciao. Freunde. Freunde, yes, yo. Ähm, ja, Mann. Krasser Talk. Ich weiß, wir sind viel gesprungen zwischen den Themen. Viel Assoziationskette, das Thema, das Thema. Vielleicht sollten wir einen Podcast machen, öfter labern. Schreibt mir in die Kommentare, kanntet ihr Adrian schon? Kanntet ihr seine Schule, PHP, PHP, ähm, seine Sportschule in Düsseldorf? Wart ihr da schon mal, wart ihr mal mit seiner Base? Oder ist das euch komplett neu? Wäre auch cool, wenn es komplett neu ist. Dann bin ich froh, dass ich ihn sozusagen ein paar neuen Leuten abgesteckt habe, vorgestellt habe, oder vorstellen konnte. Und schreibt mir einfach zu den Themen. Wir haben ja ewig viele Themen durchgequatscht. Schreibt mir doch mal was in die Kommentare. Und ich bin mir sicher, dass wir Adrian auf jeden Fall noch einmal wiedersehen werden. Ich steige jetzt in den Bus. Wir müssen jetzt, äh, wir gehen jetzt Eis fischen. Freunde, schöne Grüße aus Lapland hier. Yes, yo. Pow.